Hallo liebe Mutsis, ganz kurze Durchsage bevor die Folge losgeht. Wir haben neue Tourdaten von meinem aktuellen Solo-Programm Zero. Und mit neu meine ich so ziemlich die letzten. Vielleicht kommen noch zwei, drei dazu, aber das, was ihr jetzt hier seht, falls ihr es schaut, und das, was ihr sonst seht, wenn ihr auf einen Link unten drückt, das sind so ziemlich die letzten Tourdaten. Die meisten davon sind schon im Vorverkauf auf www.joelvonmutsenbecher.ch wer das jetzt nicht abtippen will, kann wie gesagt bei den Show Notes, also im Link unten, einfach draufklicken und dann kommt man halt da hin. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei einem von diesen Terminen noch dabei seid und wünsche euch jetzt ganz viel Spass mit der aktuellen Folge. Alright, wie sieht es aus? Und wie klingt es? Ja, dann legen wir los. Tom? Joel! Schön, bist du wieder mal da. Es freut mich mega. Ich bin nervös. Wirklich? Nein. Nein, eben. Ich liebe so die Showfloskeln, die man macht. Ah, ich bin jetzt aufgeregt. Ui. Hey, ich freue mich mega da zu sein. Und in die Tat und Warte sagst du, hey, fuck, der Termin auch noch heute. Also, mir freut es wirklich. Nein, mich freut es wirklich. Das stimmt. Weil, meinst du gerade vor der Folge, das ist fast fünf Jahre her. Du warst in einer der allerersten Folgen. Und ich glaube, ich habe sie gar nie gelöst. Ich weiss nur noch das Gefühl, das ich danach hatte. Und das Gefühl, es war gar nicht so lustig. Gar nicht so lustig, sondern so fucking Seelenstripteins, Hosennarbe. So hat es sich angefühlt. Mega ernst. Ich habe mir heute vorgenommen, dass wir nicht mehr so ernst werden. Aber es war ein schöner Podcast, das weiss ich noch. Und dann hat es sich das Problem gegeben, dass wir nicht mehr am gleichen Ort arbeiten. Und dann haben wir es nie mehr gesehen. Und dann habe ich gefunden, ich muss dich wieder mal sehen. Also lade ich deinen Podcast ein. Sehr geil. Wenn du statt, hey, wollen wir mal ein Bier trinken, heutzutage heisst es, hey, kommst du mal in meinen Podcast. Ja. Obwohl, ich hatte ja mal geschrieben, wir können auch mal ein Bier trinken. Und das ist dann so. Auch nie passiert. Wir trinken jetzt Wasser. Jetzt trinken wir Wasser. Das ist ja das, was nie passiert. Man sagt, hey, sehen wir uns dann wieder mal. Hey, wir müssen unbedingt auch mal, gell? Und dann passiert es nie. Und währenddessen du es sagst, weisst du schon, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist recht klein, weil man sagt es so. Ja. Man meint es aber auch in dem Moment. Und man müsste dafür dann etwas tun. Man müsste dranbleiben, man müsste in Kontakt und mal schreiben. Also wirklich mal einen Termin festmachen. Und es passiert dann nie. Und es ist eigentlich mega schade. Das Gemeine ist, wenn man es nicht meint und die andere Person sagt, also komm, dann tun wir aber gerade jetzt. Fuck. Ja, ich schreibe mir mal ein paar Vorschläge. Ich schaue dann in meiner Agenda, wo ich auch jetzt könnte schauen. Genau. Ich wollte eigentlich gar nicht kommen. Genau. Nein, jetzt müssen wir gerade fix machen. Ja. Gerade jetzt. So. Und darum, schön bist du wieder da. Mega schön. Ich freue mich auch. Yes. Machen wir mal Feelgood1 und schauen, wo es hingeht. Ein Feelgood1? Ja. Ich habe mich überlegt, was kann ich mich erinnern, was extrem viele gute Gefühle in mir auslöst. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, es ist eine Kindheitserinnerung. Oh. So nach einem Sommertag in der Bade, heiss, und dann zieht so ein Sommergewicht darauf. Und du weisst, jetzt muss ich noch heim, schnell, schnell mit dem Velo. Und du schaffst es aber nicht mehr heim. Von der Bade-Üerike, wo ich aufgewachsen bin, ins Heim. Kleiner Hocker darauf. Und es fängt an oben ab, so diese fette, fette Tropfen. Ja. Und es klatscht so Wasserangrins von fetten Tropfen. Und es fängt an zu schmücken von dieser heissen Strasse, wo dann so Wasser drauf. Und du wirst pflotschnass, hockst du auf deinem Velo, bist erfüllt von einem Tag in der Bade. Es ist scheissegal, dass du pflotschnass bist und es schmückt so fein. Und die Welt ist einfach in Ordnung. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke und das Gefühl habe, was ist denn so geil gewesen, ist es genau das. Das Gefühl nach einem Tag in der Bade heirateln. Zuhause weisst, ich kann mich ausziehen, kann mit den Unterhosen vor dem Fernseher sitzen und dann noch in eine Tour de France schauen. Und es ist scheissegal, dass ich pflotschnass werde und es schmückt so fein. Nach dem Velofahren nach Tour de France schauen. Nach dem Velofahren nach Tour de France schauen. Ich kann eh festgestellt, viele gute Erinnerungen, die ich mit Feelgood verbinde, haben irgendwie mit Velo zu tun. Wirklich? Ja, das hat dort schon angefangen, offenbar. Ich bin dann also nach Hause gefahren, nämlich von der Bade und auf dem Weg nach Hause hatte es so einen Stutz gehabt. Ja. Wo ich wirklich relativ steil musste drauf, nur ganz kurz, so eine kleine Rampe. Und ich habe dann immer in meinem Kopf, habe ich dann so, ich weiß nicht, den Hans Jucker damals noch als Kommentar gehabt, der kommentiert, wie ich vor dem Feld als einzelner Ausreisser kurz vor dem Ziel am Berg oben. Das war natürlich immer ein Bergziel, wie irgendeine Alpe d'Huez oder so. Und dann habe ich so kommentiert, wie der Tom Gisler kurz vor dem Feld, auf den letzten Meter. Da fährt er, die letzten. Und mit dieser Stimme habt er dich im Ohr. Und dann bin ich so, wie so die Profis haben das so imitiert, wenn ich so auf den letzten Meter noch vor dem Haus in der Auffahrt noch. Und es hatte so eine Linie vor den Teppichstangen. Und das war dann für mich so die Ziellinie gewesen. Wirklich? Vielleicht noch wirklich als Sprint. Und da kommt Gisler ins Ziel! Und Hans Erster! Genau. So habe ich regelmässig nachgespielt. Und ich habe natürlich immer gewonnen. Immer knapp noch vor dem Feld. Als heroischer Einzelsieger. Aber es ist ja krass, weil ja anscheinend, Spitzensportler behaupten ja auch immer, dass sie noch so Zusatzsachen machen, um halt noch die zusätzliche Motivation zu haben. Weil einfach irgendwie, wenn du schon, keine Ahnung, sieben, acht Jahre in der Sportart bist, hast du nicht jeden Tag gleich fest Bock, 150 Prozent zu geben. Und ich meine, die Michael Jordan-Doku The Last Dance sagt, glaube ich, 150 Mal, das habe ich persönlich genommen. Einfach irgendetwas völlig kleines Bullshitmässiges nimmt er persönlich und im nächsten Spiel hat er wieder 45 Punkte gemacht oder so. Du brauchst ja irgendwie noch die Zusatzmotivation. Ja, oder als Spieler von, also nicht IB aktuell, zum fünften Mal Meister. Ja. Ist es denn beim fünften Mal noch so geil? Wie schaffst du es, dass es doch noch so geil ist wie beim ersten Mal? Ja, ich weiss es nicht. Aber darum mega schön. Mir hat Hans Jucker gewollt für den Morgen. Eben so, als Kind so, ich habe auch immer Rennen gemacht in meinem Kopf. Aber effektiv, mir ist es immer nur um die einzelne Person gegangen. Früher, wenn ich im Velo gefahren bin. Du gegen jemanden? Ja. Es ist einfach so, wie ich sehe, ich bin überholt einfach niemals. Ja. Auf der Strasse, effektiv. Reale Menschen? Ja. Die waren mit Ihrem Velo auch unterwegs. Genau. Und irgendwann sind Elektro-Velo gekommen und da habe ich gefunden, ich gebe auf. Ich habe mich lange lange gewehrt, dass mich irgendwelche Elektro-Velo-Arschlöcher überholen. Und mittlerweile bin ich total in Frieden. Ich mag es Ihnen mega gönnen. Eben. Weil meine Frau hat auch ein Elektro-Velo. Ja. Und seit ich mal drauf geshockt bin, weiss ich, es ist so geil. Ich probiere so lange wie möglich rauszuzögern, weil wenn du mal auf dem geshockt bist, du kannst nie mehr zurück. Bei ihr geht es so weit, dass sie noch ein anderes Velo, also nicht ein Elektro-Velo. Und das hat sie dann auch ab und zu gebraucht und hat dann gesagt, hey, kannst du mal schauen, irgendwie ist es im Fall kaputt. Ich weiss nicht, es ist so, es geht, es trammt, es ist irgendwie. Und da bin ich drauf geshockt und habe eine Runde gedreht und habe ihr gesagt, nein, es ist im Fall nicht kaputt, es ist einfach ohne Strom. Es ist einfach ab. Du gewöhnst dich so dran, dass du immer noch so die leichte Unterstützung hast, dass du irgendwann meinst, ah, das bin ich. Es ist so, wenn ich so dreigetrampt, dann komme ich super schnell vorwärts. Ich habe so Oberschenke. Hey, ich bin im Fall mega, nein, es ist im Fall einfach eine Batterie. Oh mein Gott. Ich habe es eben auch noch nie, ich habe es auch noch nie gemacht. Elektro-Velo? Ja. Also wie hast du schon mal Heroin genommen? Also ich bin schon mal Elektro-Velo gefahren und es ist schon brutal. Ja. Es ist ja nur einfach, du denkst so, ah, jetzt muss ich ein bisschen angeben. Und dann zieht dich so hinter. Idealerweise hast du nicht so die Hyper-Toeffe, die wirklich schnell fahren, weil das ist so offensichtlich, das ist eigentlich ein Toeffe. Idealerweise hast du so eine leichte Unterstützung, die dir immer das Gefühl gibt, nein, nein, das bin glaube ich schon ich. Ich wäre auch ohne Strom so schnell. Ich glaube, das bin ich. Das gibt einem so das Gefühl von, hm, du darfst eben nie mehr aufs anderes sitzen. Das ist so. Bei Energy haben wir zwei im Geschäft gehabt, wo du hast auslehnen können für irgendeinen Termin oder was weiss ich. Und dann hatten wir irgendwann mal einen Sonntagsdienst, der eigentlich Redaktor und ich. Und es war in Basel ein sehr langer Gang gewesen. Und danach hatten wir natürlich die Idee gehabt, wir fahren jetzt in diesem Gang mit einem Elektro-Velo. Und drin Elektro-Velo fahren, ist gar keine gute Idee. Weil gegen Verkehr? Aus dem Büro kommt nicht mehr raus? Du kannst es zu wenig kontrollieren. Vor allem, wenn du nicht jetzt die ganze Zeit auf so einem Elektro-Velo bist, merkst du so, oh, aber in einem Büro 40 kmh in schnell... Der Gang ist gar nicht so lang, wie man meint. Er ist super schnell fertig. Genau. So, was habe ich mussten machen? Mit so einer Notbremse sozusagen, auf die starke Bremse, weil ich sonst irgendwie in die Wand gefahren war, und es war so ein Teppichboden. Und dann war es einfach so eine riesen, verbrennte Spur gehabt. Einfach so ganz leicht verschmürzelt. Einfach so. Es ist noch geil, wenn man dann kommt, so als Hausabwart, wie heisst es jetzt, Facility Manager, und dann sieht man die Spur am Boden und denkst, hey, was ist das? Und dann musst du lange überlegen. Du musst recht lange überlegen. Auf die Idee, dass das ein Elektro-Velo war, kommst du wahrscheinlich recht spät. Und was auch nicht hilft, ist, wenn dann noch ganz viel Seife drumherum ist, weil natürlich zwei Idioten versucht haben, das rauszuputzen, und dann merkst du mal, der Facility Manager sagt, wer ist das so dumm gewesen, und hat zum ersten Mal seit 15 Jahren auf dem Teppichboden irgendetwas an Reinigungsmitteln gemacht, weil das habe ich noch nie gemacht. Auf einmal hast du dann so eine helle Flecke rund um den schwarzen Strich gehabt. Oh, das ist so geil. Es gibt doch so, wenn du Scheisse baust, das kennt man doch auch als Kind, also natürlich auch als Erwachsener, dann ist es einfach noch ein bisschen peinlicher, baust du irgendeine Scheisse, machst du irgendetwas und findest, ah, fuck, machst du etwas kaputt, oder eben machst du irgendeinen Striemen irgendwann, und dann willst du es beheben, damit es niemand merkt, und mit allem, was du machst, machst du es immer noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer, und du hast, fuck, aus dieser Nummer komme ich nicht mehr raus, und am Schluss denkst du, hätte ich es einfach sein lassen, vielleicht hätte es niemand gemerkt. Genau. Jetzt, wo ich es probiert habe zu beheben, jetzt merkt es der hinterletzte Idiot, auch. Hast du mal den Mr. Bean-Film gesehen, wo er ein Bild zerstört? Nein. Das ist das Paradebeispiel für mich, von wie du etwas schlimmer machen kannst. Das ist irgendwie ein mega teures Bild, und es ist uralt natürlich, Ölgemälde, und er muss irgendwie niesen, und dann niesst du auf das Bild, und dann sieht er so, oh nein, es ist so, mmh, so, ganz ein bisschen nass, ich probiere es zu trocknen, nimm dir ein Nas-Tier, dort ist noch irgendetwas Rotes dran gewesen, so, und es wird immer schlimmer, und am Schluss, das Endergebnis ist einfach, dass dort, wo es Gesicht ist, gesehen auf dem Bild, ist einfach alles weiss, und er hat einfach so ein Smiley draufgewollt, dass einfach so, ja, nichts mehr, vom Original herum ist. Ich glaube, eh, der Plot von relativ vielen Filmen, Fargo ist, also, dass am Anfang irgendetwas Blöds passiert, und ihn bemühen, das zu kaschieren, passiert eine Katastrophe um die andere, und es ist so unglaublich anstrengend, zum dem zuschauen, und du denkst, nein, nein, mach's nicht, nein, voll, er macht's, nein, und du kommst einfach nicht mehr zu den Nummern aus. Am heftigsten hast du gesehen, Uncut Gems, hast du den gesehen? Ja. Der ist mit Adam Sandler, aber so ernster sozusagen, und er ist irgendwie so ein, so ein Juwelier, Diamanten, Uhrenverkäufer, und der ganze Film, wie er geschnitten ist, und wie er auch gefilmt ist an sich, sehr so shaky Cameras die ganze Zeit, er ist so stressig, und es ist wirklich ein Scheiss nach dem anderen, und er sagt jedes Mal, nein, 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 ich kann's lösen, und du denkst einfach so, nein, du kannst's nicht lösen, es wird nur noch schlimmer, und es hört nicht auf. Gut, wie sind wir, Elektro-Velo. Elektro-Velo. Und Kindheitserinnerung, Velo, wie du vom Hans Jucker ins Ziel moderiert wirst. Jedes Mal, nach einem Tag in den Bad, hat mich der Hans Jucker, das weiss er, oder hat er nicht gewusst, natürlich, hat er mich auch begleitet. Sehr schön. Ist Badie dein Sommer-Kindheits-Ding gesehen? Nicht anders, Badie, Badie, Badie. Ja, Badie und Fussballplatz. Ja. Ich habe geschootet. Das ist auch so eine Kindheitserinnerung, das ist nicht so viel gut, dass ich, Verbindung mit Sonne, Schweiss und frisch gemähtem Gras, ich als Heuschnupfenallergiker, da sind wir überall Bisse und so die roten Flecken. Ja. Und eigentlich ist das so Sommer, Sonnencreme, Schweiss und Gras, auch der Duft vom frisch gemähten Gras, ist etwas mega Gutes. Mega. Aber mir hat es sich dann mit der Zeit immer angefangen zu verbinden mit einem Biest. Ja. In der Nase und überall so in den Armen. Und Sonnencreme in den Augen. Das ist auch ein Klassiker. Wenn es schwitzt, runterläuft und dann fängt es an brennen und dann willst du es wegreiben und mit jedem Mal, das ist ein bisschen wie Adam Sandler, mit jedem Mal reiben, machst du es noch schlimmer. Genau. Und würdest du sagen, wo ist die Badung gewesen? In Ueeriken. 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 Stefan. Ueeriken. Am Zürichsee. Am rechten Zürichsee auf. Ah, Stefan. Okay. Ich habe gemeint, Goldküste. Bis wir im Erwachsenenalter irgendwann mal jemand gesagt hat, die Goldküste hört eigentlich in Meilen auf. Weil so die ganz reichen Goldküste sind ja die Goldküste, weil es einfach die sonnigere Seeseite ist vom Zürichsee. Im Gegensatz zu der Pfnüsselküste, die recht schnell im Schatten liegt. Und die Goldküste halt auch dort, wo Pumtsa wohnen will, weil dort immer die Sonne scheint. Und ich bin aber so weit hinten gewesen, das ist schon fast Rapperschwil, das ist schon fast Kanton St. Gallen. Ich habe gerade an das gedacht, ja. Dass mir irgendwann mal gesagt hat, weil ich immer behaupte, ja, ich bin von der Goldküste. Seebueb von der Goldküste, gell. Und mir irgendjemand gesagt hat, die Goldküste geht nur bis Meilen. Nachher ist Hinterland. Aber hast du ja trotzdem noch die Sonnenseite. Nein, super. Die geilste Kindheit überhaupt. Ja. Ich habe immer die Menschen oder die Kinder, bedauert, wo an einem Ort aufwachsen, wo es keinen See hat. Wo dann so im Freibad müssen in so ein Bäckigum. Also du bist ein Seebad. Ich bin natürlich einfach immer im See gewesen. Obwohl die Kinder natürlich, all die Sprungtürme und die Luftschlösser und die, das hatten die alle. Ich hatte einfach ein Flos, und schlussend nichts. Das ist auch geil. Absolut. Ich habe es geliebt. Ja. Ich bin am Rhein aufgewachsen. Siehst du? Das ist wirklich ein grosser Unterschied. Das sind die Flusskinder und die See-Kinder. Das habe ich eigentlich gross benettet, bis ich dann später auch mal in so einem Fluss gekommen bin. Und dann ist es schon auch noch geil. Das ist mega geil. Bist du im Rhein gebaden? Oh ja, immer noch. Immer noch. Also sprich, im Rhein, ja, im Rhein kann man auch sagen. Man schwimmt ja dann eigentlich den Rhein ab. Also man schwimmt. Der Rhein macht die Arbeit. Der Fluss macht die Arbeit. Wenn du nicht einen Schwimmsack mitnimmst, musst du ja schon auch schwimmen. Also mit dem Wasser? Ja. Ja, okay. Aber es gibt die, du siehst, wie sie sich richtig so an den Schwimmsack hängen. Ja. Und dann musst du nicht viel machen. Dann lässt du dich auf die Arbeit treiben. Aber wenn du wirklich mal hast du ja auch Kraft. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, so jetzt machen wir es, jetzt machen wir es wieder, sprich, an den Schwimmsack dabei, weil ich einfach meine Sachen mitnehmen muss. Aber jetzt machen wir es wieder mal ohne Hilfe. Das ist wie Elektrovälo. Wir haben jetzt nicht nur eine Unterstützung, sondern der tut einfach neben mir so treiben. Aber ich muss alles selber machen. Und dann wirst du auch viel schneller fitter. Weil du einfach musst, du hast ja auch Kraft. Also ich finde so, unterreichst du dann noch mal einen anderen Fluss. Das ist jetzt zum Beispiel die Limit in Zürich. Das zieht dann. Und das hat eine Kraft, wo du merkst, wenn es flöd läuft, der Fluss ist eigentlich stärker als ich. Ah, hundertprozentig. Und wenn du weisst, irgendwann dann mal kommt noch irgendein ein Kraftwerk oder ein Rechen. Und ich muss den Ausstieg verwischen. Und ich muss genug früh aufernah sein, damit ich den Ausstieg auch verwischen. Weil wenn ich ihn nicht verwischen, ist nicht einmal so gut. in Basel hast du noch ein paar Notlösungen, bis es dann wirklich schlimm wird. Aber was krass ist natürlich, wenn du so die verschiedenen Strömungslöcher, das ist eigentlich fast das Schlimmste, weisst, wo dann irgendwie so die Strömung fast aufhört, aber es zieht dich so ein bisschen runter. Oh, ehrlich? Ja, weil du hast so, du hast so eine, ich weiss doch auch nicht, wie es so eine kleine Wasserstrudel, oder? Wo oft irgendwie hinter der Brücke zum Beispiel, hinter einem Brückenpeiler. Genau. Das Wasser wieder zusammenkommt und das crasht dann irgendwie so, dass du dort eine Art Antiströmung hast, wo du einfach, dort musst du richtig kämpfen. Wenn die Entscheidung ist, dort durchzugehen. Vor allem, ich brauche wirklich recht Respekt vor der Kraft vom Wasser. Hey. Gerade weil so Sachen dann passieren, bist du mal zu surfen? Also, gehen, Wellenreiten surfen. Ja? Nein. Okay. Ich nehme mir das jedes Mal, wenn ich irgendwo an einem Surfspot bin, vor, dass ich es dann mache. Und dann denke ich, die anderen sehen schon recht cool aus und ich kann es nicht. Und ich mache es dann. Das nächste Mal. Morgen, oder übermorgen, gehe ich wirklich mal und dann ist es die richtige Zeit. Und dann ist es, oh nein, aber übermorgen muss ich ja schon einfach packen, damit ich in fünf Tagen zurückfliegen muss. Aber du bist sicher auch als Kind zum Beispiel, wenn du mal am Meer gesehen bist, bist du sicher auch mal mit den Wellen mit... Das mache ich, das mache ich, Bodysurfen mache ich. Ja. Das machst du. Mega geil. Also, und dann hast du sicher auch mal die Welle nicht ganz richtig verwischt und danach hat es crash das Ding auf dich drauf und irgendwie, ich weiss nicht mehr genau, was die Regeln ist, aber ich glaube, es ist so etwas gesehen, wie ein Meter Höhe entspricht einer Tonne Kraft, die dann auf dich kommt. Mit der Beschleunigung. Und gespitzt in den Sand hinein fräst. Und dort merkst du dann mal, was eben Wasser für eine wahnsinnige Kraft hat. Ah, mal, ich habe mal, eine Inhaltserinnerung, Strandferien mit der Family, ich und meine kleine Schwester auf der Luftmatratze und dann hat, dann hat so die Ebbe angefangen. Es hat so einen Zug gegeben, dass das Wasser sich zurückgezogen hat und es hat uns rausgezogen und wir wollten so dagegen, Richtung Strand und wir haben paddelt und paddelt, aber der Strand ist immer weiter weg gewesen. Zum Glück hat es dort noch so eine Landzunge draussen kam, wir sind nachher draußen auf der Landzunge gelandet, aber dort merkst du dann auch, hey, es sieht so harmlos aus, es sieht nach nichts aus, es ist einfach mehr und es zieht dich einfach raus und du hast keine fucking Chance. Ich behaupte bis heute, dass mein Stiervater mir das Leben gerettet hat, weil effektiv das passiert ist. Ja, wo ich irgendwie Sex gesehen bin oder so in Südfrankreich und ich habe immer so mit den Wellen geäumt, weißt du so, und Ebbe kommt und dann merkst du so, ah, ich bin jetzt weiter weg und das geht so schnell. Es ist wirklich so, in gefühlt einer Minute denkst du so, wieso sind jetzt, wie sind jetzt alle Menschen nur noch halb so gross und dann kommt ja das Schlimmste, dann kommt so das Bitzgefühl von Panik, weil du weißt, ich schaffe es nicht mehr und das ist ja das Allerschlimmste, was du überhaupt kannst haben, weil du nachher schnuffst nicht mehr richtig, vorst du auch Wasser schluckst und so und dann hat es zum Glück gesehen und es ist halt einfach so, so Baywatch-mässig, fucking raus, raus, torpedor. Ja, ja, ja. Weißt du ja nicht, was sonst passiert war, aber war wahrscheinlich schwierig geworden, wenn man es noch lange nicht gesehen hat. Also es ist wirklich nicht angenehm, wenn du bist einfach ausgeliefert. Auf jeden Fall, wenn du gehst surfen, lernst, dass du als allererst Strömungen liest, dass du wirklich auch mal das Wasser zuerst anschaut. Das heisst, wenn etwas passiert, wo war dann, weil es gibt ja eben immer Gegenströmungen, wo war dann der Moment, wo ich irgendwie könnte, auf die Seite, dass es mich dann irgendwann wieder an Land bringt. Und du lernst, wie viele Wellen du musst lesen. Du schaust ganz weit hinter und du lernst, die zu lesen, das heisst, ein Vierer-Set von Wellen. Dann kommen vier Wellen. Das heisst, wenn du weisst, die erste trifft die, die solltest du schon mal eh nicht nehmen, sondern du probierst eher, die dritte oder die vierte zu nehmen, weil nachher da hat es schon Pause. Und das alles lehrst, damit eben die mega Kraft nicht so zu schlimm ist. Wieso nimmt man nicht die erste, wenn sie doch eine geile wäre? Hey, weil eben das Risiko ist, das musst du auch von dir schätzen, das Risiko ist, du kriegst sie nicht, du gehst um, und dann kommt die zweite, die dritte, die dritte und die vierte. Und das kann zum Teil 10, 15 Sekunden gehen, aber es reicht nicht, um richtig Luft zu holen, es reicht nicht, um irgendeine Bewegung zu machen, dass du dort rauskommst. Hochrisikosportler. Es gibt auch 9er Sets von Welle, das ist scheisse. Ganz ehrlich, die Lust, anfangen zu helfen, ist jetzt in dem Moment nicht gerade grösser geworden. Es tut mir leid, ich habe es mega geil gefunden. Vor allem, wenn man im Alter immer so ein Risikoempfinden, man kann Risiken besser einschätzen und nimmt sie auch ernster. Ja. Und dann denkst du, äh, weisst du, vielleicht doch nicht. Ich habe immer, du siehst, ich bin noch in der Phase, in der ich denke, ah, das ist doch einfach, man wird ängstlicher. Es ist nicht, man kann Risiken besser einschätzen. Ich habe es jetzt nur einfach schön verkauft. Man wird ängstlicher. Hast du wilde Sachen gemacht in der Kindheit? Ja. So angstfrei, ich komme da fünf Meter runter. Ja, oder vor allem schnell auf den Ski oder auf dem Velo den Berg durchabrösten. Also ich bin, zum Beispiel, habe ich mich mal erinnert, wieder mit dem Velo. Durchabrösten. Alle meine Erinnerungen haben mit dem Velo zu tun. Nach der Schule auf der Heifahrt und dann hat es eine Strecke gehabt, da ist es einfach so gerade ein abfallendes Loch bis unten eine Kreuzung kam. Und ich bin oben gewesen und dachte, ah, geil. Jetzt fahre ich los und jetzt, und die Helme haben wir sowieso noch nicht angekommen, jetzt mache ich freihändig, wuhuuu. Und dann dachte ich, und jetzt die Augen zu. Wuhuuu. Und dann, so lang wie möglich, die Augen zu behalten. Und ich wollte, jetzt habe ich es schon recht lang zu. Es ist echt gut. Und dann mache ich sie auf. Und in dem Moment bin ich schon so am Rand, dass ich gerade am Zaun, so ein, da habe ich so am Zaun eingehängt und dann hat es mich einfach den ganzen Haag entlang geschnetzelt und den ganzen Zaun mitgerissen und bin dann, es ist nichts passiert zum Glück. Das ist eben auch noch, man hat ja auch 27 Schütze. Ja, Du bist ja einfach geschützt. Und dann bin ich dort irgendwie der Wiese gelegen in einen 40 Meter Zaun abgefräst. Das Velo auf der Strasse, das Rädchen hat so getrillt und ich so, nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist, weil einfach ein bisschen die spate Augen aufgemacht. Und in dem Moment kommt mein Lehrer, mein, mein, das ist in den Säcken gewesen, ist gar nicht so, bin ja gar nicht mehr so jung gewesen. Mein Säckenlehrer vorbei, Werner Müller, so einen strengen, ernsten, korrekten, fährt an mir vorbei, schaut mich an und sagt, grüezi Thomas, fange ich weiter. Und ich so, grüezi Herr Müller. Vielleicht habe ich mir alles gebrochen und habe ein Schädel Hirntrauma. Ja, aber hast du nicht am Schaffen dann. Aber Eric, sorry, ich habe jetzt Mittagspause. Ich muss jetzt schnell heim. Aber das ist so etwas typisch. Oder auch vom Schulhaus die Strasse durchab zum anderen Schulhaus einbügen auf den Pausenplatz und das alles probieren ohne zu bremsen. Du rollst oben los, willst immer schneller, immer schneller. Du willst links einbügen ohne zu bremsen, weil wer bremst, hat verloren. Absolut. Das sind so die Ideen, die man als Kinder... Und wer bremst, hat Angst. Das ist eins. Und ich schaffe das. Und eingebogen und gefunden, eigentlich habe ich es gerade noch knapp haarschhaft zwischen den beiden Mühlen durchgeschafft, auf den Pausenplatz einzubügen. Aber dort ist halt einfach Pausenplatz und der ist umschlossen von einer Mühle und mittendrin hat es einen Brunnen und schlussendlich bis zum Brunnen auf den Brunnen zu einfach nicht bremsen, nicht bremsen. Es geht schon irgendwie, obwohl als halbwegs intelligenter Mensch hättest du dort schon gesehen, nein, es reicht nicht die Bremse. Aber Bremsen ist nicht gegangen und der Brunnen hat mich dann gebremst und ich bin dann übers Velo im Brunnen reingelandet, in den Leeren. Ah, shit. Im Leerenbrunnen. Und in der Mitte hat so ein... Ah, huren gefährlich! Und da hat nichts passiert. Also ständig so Zeug, oder auch mit den Skien natürlich, Buckelpisten, nicht umbuckeln, sondern gerade drüber, badem, 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 badem. Geschwindigkeit hätte ich nicht einschätzen können. Das habe ich nur im Game gemacht. Das habe ich immer lustig gefunden. Du überleihst dir nie, könnte das gefährlich sein, sondern du bist ja unzerstörbar. Genau, mir passiert ja nicht. Mir passiert nichts. Ja. Und dir später entwickelst du das Bewusstsein, aha, mal auch mir können Sachen passieren. Aber es ist ja lustig, in Kindheit und auch Teenagerjahre noch hast du zuerst das Bewusstsein von mir passiert eh nichts. Und danach, wenn du ein bisschen Realisation hast, jetzt könnte mir doch etwas passieren, hast du einfach mal einen Abend, wo du so viel Alkohol getrunken hast, dass du wieder findest, ich bin unzerstörbar. Ja, dort sowieso, ja. Weil dort sind ja auch immer so schlimme Geschichten, wo du einfach so denkst, ja, zwei Zentimeter weiter und jemand hat sterben können, weißt du so. Und zwar wirklich. Ja, wirklich. Und dann sagt man immer, Kinder haben so viele Schutzengel oder junge Menschen und es stimmt im Fall, ich glaube, irgendwie. Wir sind umgegeben von einer Armee von unsichtbaren Schutzengeln, die einfach alles aus dem Weg raumen, die immer noch schnell das wegnehmen und irgendwie, keine Ahnung, oder dich auffangen, wenn du gehst, oder wie so ein unsichtbares Polster unter den Kopf fliege. Richtig auffangen, ja. Hey, anders ist es nicht erklärbar. Und natürlich, du bist auch ein bisschen, auch ein bisschen unzerstörbarer, als dann mit 50. knochenmässig. Auch knochenmässig und so. Ja, ja. Wenn du gehst, gehst du so, das geht nichts kaputt. Aber, das ist schon crazy. Was für birreweiche Sachen, das du machst. Und dann hast du selber Kinder und dann, wenn ich mir nur überlege, was, wenn meine Tochter nur die Hälfte von dem Scheiss macht, den ich gemacht habe, dann lebt sie lebensgefährlich. Aber auch sie natürlich. Ja, logisch. Ich hatte die Schutzengel. Und deine Eltern haben es gleich gedacht. Also, weißt du, das ist so, meine Teenie-Zeit ist gerade Jackass-Riese gewesen. Ah, genau. Dann hat man natürlich das Gefühl gehabt, Machen sie es nicht nach Hause. Und natürlich alle, ah, das machen wir jetzt auch, oder? Okay. Und dann haben wir, oh mein Gott, das ist aber auch schon Gymie gesehen. Ich glaube, erst das Gymie, also, was sind wir dort, irgendwie, zwölf, dritze, weißt du sowas. Vielleicht auch vierzehn, weißt du nicht mehr. Und dort haben wir irgendwann, wie hat das geheißen, Umweltlager haben wir gehabt. Das war eine Woche gewesen, wo du im Sommer in einem Lager bist und du hast irgendwie, alle haben etwas Gemeinnütziges gemacht. So, und man musste irgendwie sagen, was man macht und dann ein Projekt quasi einreichen und dann ist man in diesem schönen Lagerhaus, irgendwo in den Schweizer Bergen. So, und mein Projekt ist gewesen, ich mache Dokumentarfilme über das alles, weil ich habe mega gerne mit meiner, kleinen Videocam, noch an Video 8 damals, mache ich Filmchen und ich schneide das dann am VHS Player, einfach mit Play, Pause, so, oder? Rec, Pause, Play und so weiter. Aber effektiv habe ich natürlich dort nichts gefilmt, das in irgendeiner Art und Weise einen Nutzen hatte, für eine Dokumentation oder auch für die Umwelt. Und ich habe es einfach dort immer so mit der Kamera bin ich auf dort rumgelaufen, weil ich habe eh dort mein ganzes Leben gefilmt. Und dann nachher heisst es irgendwie so drei Wochen nach dem Lager, das hat so die Klassenlehrerin und so. Und Joel, wenn sehen wir dann eigentlich die Video zu dem Ganzen? Und dann habe ich halt einfach etwas zusammengeschnitten und es ist wirklich so gewesen, der Biolehrer, der ist natürlich mitgekommen, der aus dem Fenster schaut, dann habe ich einfach Zeitlupe gemacht und Sexbombe drüber laufen lassen und eine Aufnahme ist gesehen, wie ich in einem Einkaufswegli von dem Migros von dem Lagerhaus mich noch dreiend, extra hat jemand noch dreid angegeben und ich auch einfach so einen Weg, der Rapp in dem Einkaufswegli einfach so der Rapprolle und unten einfach eine Querstrasse kommt und ich auf die Strasse fahre mit dem Wägel und dann hörst du irgendwie noch einen Autohupe und keine Ahnung was und das ist mein Video gesehen. Das hat sich eine mega gute Note gegeben. Mega. Mega. Und du hast auch, wenn ich mich überlege, ich bin mal in einem Einkaufswegli auf eine Autostrasse ohne zu sehen, weil ich noch dreie, ich komme mit dem Rücken auf die Strasse zu, wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich sagen, bist du voll weich. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja. Wir haben ähnlich, wir haben Skeleton geskated. Wir haben eine Sportart erfunden. Zwar auch vom Züriken, vom Kindski, die Strasse durchab, sind wir auf unseren Skateboards. Sind wir es ist eben ein bisschen falsch, Skeleton ist ja dann auf dem Bauch. Aber wir sind auf dem Rücken, auf die Skateboards gelegen. Dann haben wir so Gartenhandschen angehabt, zum angeben und auch zum bremsen. Also die sind relativ schnell durch gewesen auf dem Asphalt und dann sind wir einfach auf dem Rücken auf den Skateboards voll die Strasse abgeröstet und ich ab und zu ist mal das Auto entgegengekommen, erstens. Und zweitens, die Strasse ist unten in einer 90 Grad Kurve, hat die geändert. Also die ist einfach fertig, bis 90 Grad und Kurve, was nie geschafft hast und sonst bist du einfach geradeaus in einen Bach. Und wir sind einfach wie die Hohle mit Händschen und dann haben wir Skeletonskate schon mehrere gleichzeitig und man durfte sich auch wegchecken. Ah, natürlich. Also der, der war zuerst unten und man durfte den anderen auch vom Brett rühren. Das ist unglaublich gefährlich. Und es ist auch dort erstaunlicherweise wenig, bis nichts passiert. Ein paar Schürfungen, ja. Ja, logisch. Und sehr viele kaputte, durchgefickte Gartenhandschen. Müsstest du eigentlich die, wie heissen die, so die Austrenhandschen, weißt du, die so Gitter haben, mit denen hast du so Metallhandschen. Ich isse einfach zu wenig Austren, um ein bisschen Ich weiss nicht, aber zumindest, wenn du Austrenhandschen Ich isse Austrenhandschen. Sie heissen nicht so. Austrenhandschen haben Gitter. Es ist so, wie so ein altes Ritter, such mal irgendwie so nach so Metallhandschen. Wenn du die Austren dann öffnest. Kettenhandschuhe. Schau dir links. Ah, geil. Damit du dich nicht schneidest. Beim Austrenhandschen aufmachen. Genau. Er kostet auch nur 159 Franken. So ein Triangle-Captionhandschuh. Es gibt auch einen für 21,50. Ganz rechts. Microplane-Schutz. Ah, geil. Das heißt, also bei Austrenhandschen, schau zum Beispiel. Ja, aber genau. Pass, geh nochmal zurück. Da braucht es auch bei Was ist das? Zum Herdöpfel? Zum Herdöpfel. Zum Rösti machen. Ich habe regelmässig so einen Kettenhandschen zum Rösti machen. Aber es macht ja eigentlich ein Weicheir, dass du so einen Kettenhandschen brauchst, zum Rösti machen. Voll absurd. Es ist einfach ein Küchenschutz. Geil. Bei Austren wird es sehr empfohlen, weil du musst es ja mit so einem Messer musst du ja drei und wenn du abrutschst, hättest du sehr schnell mal einen Finger oder ein bisschen. Ich weiss nicht, ob es das in den 80er Jahren schon gegeben hat. Sicher. Sicher hätte es das schon gegeben. Jetzt sind es einfach noch so Ritterhandschen gewesen. Ritterröstungshandschen. Aber ich denke mir an so Ritterröstungshandschen. Das klingt dann geil. So metallig. Dann noch dran, dann hauen damit. Und dann bremsst du und sprüht so Funken. Ja. Das war viel geiler. Ich sehe dich. Schade, ich habe den Podcast noch nicht gegeben. Du hättest mir dort schon sagen können, dass man ja bei Galaxus, was es dort noch nicht gegeben hat, Kettenhandschen, die eigentlich gedacht, sind zum Austren aufzumachen und zum Rösti-Raffeln. Zum Rösti-Raffeln. Ich habe zuerst gemeint, es ist eine Zitrone. Ich wollte es eine Zitrone. Jö. Zeste. Und ein Warmduscher. Aber auch ein Herdöpfel-Raffeln ist jetzt irgendwie... Ist nicht so eine Ding. Ein bisschen Körperkontrolle. Ja. Machst du das geil, ein Herdöpfel-Raffeln? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon einmal ein bisschen Angst. Ein leichte Thrill. Am Anfang ist es ja easy und je kleiner der Herdöpfel wird, desto näher kommt dein Finger an die Raffeln. Aber es ist ja nicht... Dann gehen die Finger immer weiter weg und am Schluss machst du so... Und am Schluss drückst du es noch durch die Löcher durch. Sehr schön. Sehr schön. Machen wir mal Feelgood 2. Nach all deinen Kindheits schöne Erinnerungen und auch oft Idiotien. Erinnerungen und Idiotien. Ja. Feelgood 2 ist, wenn wir schon gerade bei den Händschen sind und Gartenhändschen, einfach im Garten sein. Und jetzt ist es im Fall gut. Ich habe jetzt neuerdings entdeckt, dass man auch einen Gartenhändschen anlegen kann, um Schnecken weit zu werfen. Das gibt mir unglaublich viel. Im Garten zu sein und mich mit meinem Gemüse, das ich gepflanzt habe und selber die Setzlinge aufzogen habe, so ein bisschen zu schauen und dich ein bisschen pflegen und hegen und pflegen. Ausser, das ist so eine fucking Regenzeit, wo einfach die Schnecken wie Pilze zum Boden ausschiessen und das ganze Gemüse wegfressen. Also auf der Schweizer Saison. Ja. Hure Arschlöcher. Die können auch nichts dafür, aber es sind einfach Arschlöcher, die grusigen Blutschnecken. Was hast du? Kopfsalat oder was? Ja, auch alles. Ja, und das ist natürlich weg. Ich habe einfach mega gerne junges Gemüse auch. Ja. Also meine Oberscheine, die sind ja alle am Anfang ganz klein und fein oder Krautsteil oder der Palmkohl oder Haste das alles? Alles Radiesli. Haste das alles selber? Alles selber. Wirklich? Das ist nicht so eine Hexenreise, das kann jeder. Ja, das heisst es immer, aber man muss es halt schon dann auch Du lernst von Saison zu Saison mehr dazu. Man muss es dann halt schon auch durchziehen, oder? Ja. Also ich hätte zum ersten Mal mehr Pflanzen zu Hause, als ich jemals gedacht hätte. Unter anderem mit Cannabis zählt nicht schon. Nein. Wobei das ist im Fall auch sehr pflegeintensiv. Da muss man auch wissen, wie. Ah, definitiv. Das glaube ich. Nein, nein, sondern wirklich einfach so einen Zitronebaum und einen Eucalyptus und solche Zeugs und dann merke ich auch das muss man schauen. Es ist eine Aufgabe, dass man das jetzt konstant und immer mit dem gleichen gewissen wie nennt man es, mit dem gleichen Gewissen und die gleiche Intensität macht. Kontinuität. Absolut. Und darum bin ich noch nicht so weit mit wirklich Gemüse und Wie geht's denn dem Zitronebaum? Dem geht es sehr gut. Wie lange hast du ihn? Eine Woche? Nein, 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 nein. Jetzt haben wir schon ein paar Monate. Dem geht es sehr gut. Geil. Ja, richtig geil. Ey, am Zeug beim Wachsen zuzuschauen. Und vor allem, es geht so schnell. Ey, es ist so grossartig. Ja. Und dann auch noch etwas davon haben, weil du kannst es ernten und essen. das ist so, es ist zurück zu dem, was eigentlich gemeint ist, mit ich setze das, ich schaue dem, ich pflege das, ich ernte das, ich esse das, ich lebe. Und jetzt kommt aber meine Frage. Oh, jetzt Trommelwirbel? Nein, nicht mega fest, sondern einfach alle die Sachen, die du jetzt gepflanzt hast, die müssen ja dann auch noch am richtigen Ort sein, weil sie brauchen ja zum Teil nicht gleich viel Pflege. Das hast du auch alles mit der Zeit zu lernen. Das lernst du mit der Zeit und dann ist es nah und es gibt Starkzehrer, die brauchen ein bisschen mehr Nährstoff. Ja. Und was ich jetzt angefangen habe, ist schon, ich sammle den Kaffeesatz von meiner Kaffeemaschine und sammle den Kaffeesatz tue den immer wieder ein bisschen durcheinander, damit er nicht faulet. Und der ist auch Dünger. Ja. Der hat irgendwie Phosphor und andere Nährstoffe drin, die der Pflanze hilft. Ähm, er ist auch nicht schädlich für Blattläuse zum Beispiel, weil das Koffein, das Rest Koffein, was da drin ist, schadet der Blattläuse. Mhm. Ähm, oder man besorgt sich Marienkäferli, weil Marienkäferli der natürliche Feind von der Blattläuse, die fressen die Blattläuse. Und dann fängst du dich an so informieren und weisst immer mehr und immer mehr und viele Sachen stimmen einfach auch nicht. Ja. Oder der eine sagt so, der andere sagt so. Und dann probierst du es selber aus und dann denkst du, ah, bei mir ist es so. Und dann findest du neue Orte, wo man auch noch kann. Dann fängst du an, äh, Experimenten zu machen. Ich setz dort zu Getti, dort zu Getti und vor das Haus noch in den Topfen zu Getti. Welcher kommt am besten? Ah, wo ist der beste Platz? Split-Test. Ey, also das ist im Fall, ich glaube, ich, ich habe ja eh so eine Fantasie, wo ich, ich mache nur Gärtnerlehre. Das ist, ähm, Illusion. Ja. Wer nimmt mich noch als, als Lehrling und bringt ja nichts mehr, so kurz vor der Pensionierung. Aber irgendwie so, mich noch ein bisschen mehr auseinandersetzen mit dem Garten, Gemüse und der Natur an sich. Wie wächst was und warum und was braucht es? Das ist das Geilste. Und Schneckenwein rühren. Wie? Jeden Morgen raus, Schnecken pflücken. Lang habe ich es eben ohne Handschuhe gemacht. Voilà, das sind die Arschlöcher. Ja. Das sind die Arschlöcher. Was hilft? Es gibt, was hilft? Komm, mach mal. Es gibt so viele so Hausmittelli, wo, Christoph hat etwas einen tollen Artikel. Kaum abhalten. Ja, was schreiben sie? Hat kaum Fressfeinde. Es gibt so den, so einen Schlick. Morgens gießen, damit das Wasser bis zum Eintritt, der Dunkelheit. kannst du dann, wenn es einfach drei Wochen durchschiffen, Kaffiersatz, Kaffiesatz, siehst du? Tust du zum Düngen nur Kaffiesatz nach? Nein, nein, also, nein, siehst du mal, die Erde so ein bisschen unterstützen noch, mit Hornspänen vom Horn, von Rindern. Wirklich? Ja, das ist auch so ein Langzeitdünger oder dann so irgendein Biodünger auf dem Kopf oder sonst einfach Gießen. Also ich habe so eine Haltung, du Gemüse, musst du selber ein bisschen schauen, eigentlich. Du bist ein fucking Gemüse. Also das ist ja in deiner Natur einfach zu wachsen. Ja. Und wenn ich ganz, ganz viel muss machen, dass du wachst, schiesst es mich dann ein bisschen an. Ja. Aber ich lasse mich dann schon erweichen, dann doch zu googeln, was könnte dem Gemüse noch helfen. Ja. Biodünger aus dem Kopf, sagst du, das ist top oder was? Nein, keine Ahnung, das ist einfach der Einzige, den ich bis jetzt bräuchte. Nichts, auch ein fuhren wenig, ganz ehrlich. Weil ich habe jetzt noch so eine Pflanzen-App. Eine Pflanzen-App? Ah, geil. Ja. Alles, was man in einer App kann, was macht die? Du kannst das Blatt anschauen und dann sagt dir die App, was für ein Kranker das deine Pflanzen sind. Das behauptet sie. Was du kannst machen, du kannst effektiv einen Experten fragen. Du kannst ein Foto machen und dann wird das jemanden geschickt, der eine Ahnung hat davon und sagt, ich habe das Gefühl, es ist das. Also irgendeine KI, die dann so eine automatische genethe Antworten gibt. Nein, KI hast du auch, du kannst aber wirklich mit jemandem chatten. Okay. So. Und, nein, es macht dir natürlich die Plan. Du sagst, meine Erden, also in dem Fall mein Blumentopf, durchmesser so, steht bis so und so viel Grad, so und so viel Sonne, so und so viel bla bla bla, und dann sagt dir erstens, wie viel Wasser öppen und wie oft. Und dann kannst du den Plan aber natürlich immer noch anpassen, weil ich dann auch gemerkt, zum Beispiel, die eine Pflanze habe ich gemerkt, ah, es braucht nicht ganz so oft Wasser, wie es dort drin steht. Also machen wir den Giesplan, machen wir zwei Tage länger. So. Und danach kann ich immer auf die App und dann sehe ich immer, wenn es rot ist, oh, ich muss gießen oder ich mache Nebel oder was auch immer. Und dann kann ich das abhegeln, dass ich einfach, ich mit meinem wirren Hirn, wo immer an 37 Sachen will, gleichzeitig denken, kann ich einfach ab und zu ohne Notifications, das hasse ich. Kannst machen natürlich, ich mache es ohne. Ich gehe einfach ab und zu auf die Pflanzen App, dann weiss ich, okay. Was braucht sie gerade, schätze ich? Da sind wir das. Und jetzt kommt eben auch Dünger und ich sage, ah, shit, nächstes Thema. Jetzt muss ich mal düngen. Das ist natürlich auch in deinem Plan drin. So, all, ich weiss doch auch nicht, zwei Monate mal. Es ist ein bisschen wie mit Google Maps zum Beispiel oder Karten Apps, dass du sagst, ja, geil, sie weiss sehr viel, sie leitet mich, sie sagt mir, ich muss durchfahren, zu dem Zeitpunkt, was ist der schnellste Weg, was man aber dann trotzdem nicht darf, und das ist bei den Pflanzen App gleich der gesunde Menschenverstand komplett ausschaltet. es ist gleich noch eine Richtlinie. Wenn deine Pflanze nach Wasser schreit und deine App sagt, nein, nein, sie hat schon genug, dann merkst du schon, dass sie Wasser braucht. Sie sind die wie die, die mit ihrem Auto irgendwo auf einem Feldweg stranden, wo es nicht mehr weitergeht, wenn sie einfach blind in ihrer Google Maps App oder sonstiger Tracking App vertraut haben. Vor allem die alten, wo du noch hast, die Daten immer auf einer CD aktualisieren und dann heisst, geradeaus, und dann ist es auf so einer riesen Backstein Wand, wo wahrscheinlich vor fünf Jahren hatte ich da mal eine Strasse, jetzt ist da eine Wand. Beim letzten Update und dann bist du so, ja, und jetzt? Sind das so die Renitenten, die dann sagen, MOL, da muss es, nein, Kurt, es ist eine Wand. Aber meine App sagt, ja, aber, es ist trotzdem eine Wand. Ja, und darum, die App hat mir geholfen, zum so ein bisschen, sehr geil. Ich bin sehr anfällig für so Sachen. Ja, ich habe ihn auch. Der Naturgenuss verbunden mit Technik. Wandern mit einer Tracking App, Velo fahren mit einer App, die trackt und dir dann ganz viele Daten liefern. Du bist so schnell gewesen, so viel Durchschnitt, so viele Höhemeter. Jetzt habe ich neuerdings ein Velo, das so einen Powermeter hat, wo man noch sagt, wie viel Watt ich tritte. Ich kann mit dieser Zahl überhaupt nichts anfangen, aber es ist einfach eine geile Zahl zu haben. Mega. Und das Spannende ist ja auch, ich meine, es liefert dir viel Daten und du lieferst auch viel Daten. Mega. Das ist megatol. Ich habe mega gerne gesehen, dass ich euch so viele Daten von mir liefere, die für mich komplett irrelevant sind und für euch mega wertvoll. Genau. Und ich gebe sie euch gratis. So weird. Bravo. So weird. Aber ich bin auch sehr anfällig auf so Sachen. Der Sven-Ivan und ich sind mal so Schreibferien gegangen und so nach dem zweiten Tag gesagt er, hast du für alles eine App? Und ich so, wie meinst du? Und dann hat er begonnen aufzählen. Selber checkst du ja gar nicht. Also du hast deine Eier mit einer App gemacht, also irgendwie gekocht. Können wir die Apps schnell einzeln durchgehen? Was macht die Eier-Koch-App? Eggtimer. Sensationell. Du sagst, wie gross das Ei ist, du sagst, in welchem Zustand das Ei soll sein, wenn du es kochst und er sagt dir auf Sekunden, wie lange. Du musst aber der App auch noch sagen, wo du bist. Weil je nachdem auf welcher Höhe und Temperatur natürlich. Gut, okay. Ja. Ah, geil, gut. Eggtimer? Danach sind wir irgendwie zu oben sind wir draussen und du schaust an den Himmel und danach nimmst du abgehörig und fährst an. Schau mal, man sieht sogar diesen und diesen Planeten jetzt. Man meint, es ist ein Stern, aber es ist ein Planeten. Schau da, dann haben wir diesen Stern und schau da, das ist der grosse Wagen und so. Am nächsten Tag sind wir draussen, es ist hell, nimmst du abgehörig und sagst, wow, der fliegt nach Lissabon. Dann sagst du, schau mal, der Berg heisst so und so. Peakfinder. Ja. Alles App, die ich gerne hätte und bis jetzt einfach zu faul gewesen bin zum runterladen und immer, wenn ich sie bräuchte, denke ich, ah, mega schade, habe ich die App nicht. Die könnte ich jetzt brauchen, die muss ich dann mal runterladen. Wieso ladest du sie nicht gerade dann runter? In dem Moment, es geht mir zu lange. Ich wollte sie jetzt gerade wissen und wenn es jetzt gerade nicht geht, dann ist es auch okay. Und das nächste Mal, wenn ich wieder so weit bin, denke ich, oh, fuck, ich habe sie immer noch nicht runtergeladen und sowas mit all den Apps, ich habe sie noch nicht runtergeladen, aber ich würde geben Peakfinder. Peakfinder ist der shit. Geil, was ist das für ein Berg? Oder eben Sternenbilder, auch geil. Auch geil? Ja. Also irgendwie Skyview heisst es. Das ist super, weil eben dort habe ich dann mal checkt, es hat mich einfach so fest Wunder genommen, was ist das mega helle Ding? Ist das der Nordstern? Und dann habe ich gemerkt, nein, es ist Jupiter gesehen oder so. Dann dachte ich so, fuck, ich sehe einen anderen Planeten von hier. Absurd. Geil. Ja. Was noch? Ich glaube, das ist dort für die Ferien, ist es plus minus das gewesen. Aber wahrscheinlich kannst du irgendein Thema sagen und ich habe sicher auch eine App für das. Ich habe eine Pflanze-App. Hey, das ist ein bisschen wie mit dem Elektro-Velo. Ja. Es ist, ich probiere, so lange wie möglich ohne klar zu kommen. Ja, ja. Weil ich es schon lange huren geil fände, es zu haben. Ja. Aber ich will mich nicht neu in mehr Abhängigkeiten geben. Ja, aber mein Peak-Find, das ist ja wirklich so, es ist jetzt nicht so, als würde ich jeden Tag noch diesen Berg scannen und noch diesen Berg scannen, aber es ist einfach geil, wenn der irgendwie, jetzt haben wir einen klar ausgesehen. Und dann denkst du wirklich so, was sind das alles für Berge? Und es ist einfach fucking hilarious, wenn du mal weisst, wie alle die Berge heissen. Die Hörner. Ja. Meistens ist es irgendwie ein Möseln. Nein, es ist mega viel wie irgendein guter Rotwein. Ja. Ganz viel. Wenn sie dann so Monte, 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 Monte Lecino, denkst du, das klingt gut, das würde ich trinken. Dekantieren bitte. Geil ist ja, wenn du die App brauchst, so ein bisschen im Geheimen und dann die Leute so, ja, siehst du das auch für den Berg? Und du so, ganz heimlich. Und dann kannst du die Standorte liefern. Oder sie sehen, dass du die App brauchst. Anscheinend bin ich in dem zu schlecht. Anscheinend bin ich sehr offensichtlich. Kein gutes Hochstapel. Wirklich so boomerig. Ah, das ist also der und der. Sehr geil. Ja, der fliegt nach, der fliegt nach Barcelona. Mega wichtig, danke schon. Hey, wir haben uns alle gefragt, wohin fliegt der echt? Jetzt, wo wir wissen, dass der nach Barcelona fliegt, geht es uns so viel besser. Aber, beängstigend, wenn du mal so einen Flightrack rauf machst und du zoomst raus, krassig so. Ja, ein bisschen. Yeah. Hände in der Erde und in Kontakt bist mit dem Gewächs, dass das Stresshormon zurückgeht, dass Serotonin ausschüttet und es ist auch biologisch für deinen Körper, für den Feelgood-Effekt, auch den biologischen Feelgood-Effekt, einfach gut. Hast du ein Gärtner-Outfit? Ähm, nicht klassisch, ich habe Gummistiefel, aber die brauche ich nur so, wenn es darum geht, das Gartenbein anzulegen und wirklich fett gegraben wird und so, die lege ich nie an. Aber ich kann, wenn ich rausgegangen, vor der Tür, so abgefuckte Turnschuhe und ich einfach rein schläufe, wo die, die dreckig werden können, die lege ich auch nicht an. Das sind meine Gartenschuhe. Die dürfen dreckig werden, sie ist scheisse gar, ich ziehe sie eh für nichts anderes mehr ab. Ja. Und einfach der eine Gartenhandsche, ich brauche auch nur rechts einen Gartenhandsche, zum Schnecken rühren, zum sie abpflücken, weil da haben wir mal Schnecken angelangt. Die Schnecken, die haben ja so ein, so ein Sekret, so ein Schleim und auf dem Schleim bewegt sie sich fort. Und darum sieht sie auch immer raus, wenn es nass ist, weil sie könnte nur aus der Feuchtigkeit ihren Schleim generieren und dann so einen Film produzieren, zum vorwärtskommen. Und wenn du dich anlangst, der bringt nichts mehr weg, du kannst noch so die Hände waschen. Es ist einfach grossartig, was die Natur alles für Stoffe entwickelt. Ja. Und es ist wirklich gruselig. Ich habe es mal an einer Scheibe gesehen. Eine Schnecke ist mal an einer Scheibe hochgelaufen. Nein, ich habe nicht geriert, wie du sagst, ich durfte einfach wegnehmen und wieder irgendwie in einem anderen sahnen gesetzt und das hast du nicht mehr weggelegt. Du hast die ganze Spur gesehen, die an der Scheibe... Keine Chance. Grossartig. Ist das wahrscheinlich mal... Woher hast du sie denn ahnen? 300 Jahre probiert auch herzustellen und nicht aufs Geheimnis kommt. Einfach so weit wie möglich weg von meinem Gemüsebeet. Ich bin ein grosser Verwächter von nicht töten. Ja. Also nicht verschneiden, nicht irgendwie in Bier ertränken, was sonst alles für... Grausames. Ja, es gibt so Bierfallen. Fass. Es gibt ganz viele so Bierfallen im Garten. Es ist einfach irgendein Becher, ein Eingrabener mit Bier. Das zieht deine Schnecken an und dann fallen sie da rein und dann verändert es dort. Grausam. Und ich wollte ja die... Es bringt mir auch gar nichts, wenn sie tot sind. Sie sollen einfach weg von da. Ja. Und es scheint es auch... Es bringt auch gar nichts, es zieht einfach zusätzlich Schnecken an, wenn du irgendwo so ein Bierding anbierst. Ah, die finden es natürlich geil. Die finden es so... Das ist ein neuer Hotspot. Du bist schon mal... Du bist schon mal... Du bist schon mal nicht aufgarten, ja? Ey, was denn? Mit dieser im Garten gibt es ein geiles Bier. So von einer Mikrobrauerei. Und das ist wirklich nicht geil. Anwendet Bier. Es sind ja... Ey, du kannst sie ja nicht... Also es bringt dir nichts, wenn sie tot ist, weil es kommen ja immer wieder mehr. Ja, ja. Dein Garten ist ja... Die legen ja, glaube ich, im Tag in 300 Eier. Sie sind ja... Die sind hochproduktiv. So viel? Sie reproduzieren, ja. Das ist keine Chance. Es bringt nichts, wenn ich einen Schneck tot. Das hat ja noch 7000 andere rundherum. Also einfach nähen, wenn es gerade wieder nach beim Gemüse sind. Oder schon in meinem Huren Kopfsalat hocken und weit rühren. Ja. Das ist ja fast meditativ. Jeden Morgen schnell raus, Schnecken pflücken, Schnecken weit wurf. Wie Sisyphus. Und am nächsten Tag, weisst du, sie sind wieder da. Andere. Das habe ich noch nicht herausgefunden, ob es die gleichen sind. Ob wenn ich den Schneck, wenn ich den jetzt wegrühre, weiss nicht, ich komme nicht so weit, sagen wir mal, ich rühre dann 20, 30 Meter weit den Garten durch ab, ob der Schneck dann dort unten landet, und schüttelt... Shit, ich muss zurück. Und der Rückweg antritt, und dann drei Tage später wieder in meinem Gartenbeet ist, oder ob das dann immer andere sind. Ich weiss das nicht. Ich müsste sie mal markieren. Ah, eine neue Idee. Die Schnecke markieren, rühren, und schauen, ob er zurückkommt. Neues Forschungsprojekt in meinem Gartenbeet. Das würde mich auch noch wundern. Noch so viele offene Fragen. Ich habe vieles schon ergoogelt, das weiss ich zum Beispiel noch nicht. Sind es die gleichen Schnecken, die immer wieder kommen? Ja, wenn du sagst, sie legen 300 Eier im Garten, dann sind es immer andere in meinem Jahr. Also Schnecken sind definitiv nicht vom Aussterben bedroht. Neuste News bediskutiert in der Schweiz, ob der Schneck, und zwar der Nacktschneck, als Nutztier soll gefördert werden. Gefördert? Dass es so Schnecken, Zuchtstationen gibt. Und ich finde, ey, die musst du einfach nicht züchten. Bei mir wachsen im Garten von allein zu Hunderten. Du könntest dich dann vielleicht anmelden, dass du eine offizielle Förderstation bist. Und kaufst dann die jemand? Nein, aber dann kriegst du vielleicht irgendwie... Subventionen? Ah, ja. Weisst du, wie du meinst? Geil. Ja. Oder nur für sie es nicht töten, wird dich schon belohnt? Artenschutz. Ja? Ja. Ich könnte sie gerne sammeln und man kann sie bei mir abholen. Ja, etwa siehst du. Warte doch auch etwas. Dann machst du eine Kiste, dann weisst du, ich wirf jeder in die Kiste. Gratis zum Mitnehmen, zur Strasse stellen. Genau. Wer braucht Nacktschnecken? Hey, ich weiss nicht, was machen sie denn Gutes? Also man sagt ja, man sagt ja, bei jedem Viech eigentlich, bis auf Moskitos, glaubt, gibt es ja Grund, warum sie da sind und sie tun ja auch wieder irgendetwas ausgleichen. Was tun Schnecken ausgleichen? Tünn sie auch unkut irgendwie besittigen? Nein, ich glaube wirklich nicht. Ah, wirklich? Gefressen sind Futter. Für Älsteren fressen, glaube ich, Schneckeneier. Ah. Ähm, die stapfen sie im Garten rum und picken so in der Erde und ich glaube, die sind auf der Suche nach die pickten Schneckeneier. Aber offenbar, entweder schaffen die Älsteren nicht sauber oder es sind einfach wirklich zu viele. Was Nacktschnecken sonst noch gut machen jetzt? Haben wir dort? Ah. Was steht da? Nein, der Tiggerschneckel. Der Tiggerschneckel, das ist eben, genau, das ist ein Mittel gegen die Schnecken, das ist der, der grosse Tiggerschneckel. Der Tiggerschneckel. der frisst die Blutschnecke. Du kannst so Tiggerschneckel bestellen, kannst sie in deinem Garten, die sehen also so Tiggered aus, ist noch geil, du kannst sie in deinem Garten aussetzen, die fressen dann, aber ich, mir wieder streit. Schau mal die Webseite an, das ist ja. Einen anderen, grusigen, schleimigen Siech mir zu bestellen und den in den Garten zu tun, damit er diese anderen, grusigen, schleimigen Siechen frisst. Ich bin gerade sehr fasziniert von dieser Webseite. Diggerschneckel. Die ist programmiert worden, damals im 89. Gell? Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals wieder so eine Webseite gesehen würde. Huchere geil. Das gibt mir jetzt viel gut. Das ist geil. Da habe ich voll Nostalgie. Da habe ich das Gefühl, jetzt poppt dann gerade ein Message auf dem MSN-Messenger auf. Du hörst das Mode. Wow. Diggerschneckel. Okay. Da ist sie wieder mal, die überraschende Unterbrachung mitten in der Folge. Ganz kurze Info für die, die es noch nicht gehört haben oder nicht haben wollen, mein aktueller Programm Zero hat nochmal ein paar Tourtermine. Die meisten sind auch schon im Vorverkauf. Jetzt auf www.joel-von-mutzen-becher.com ganz tolle Support-Acts dabei. Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, Josep Brizza und Teddy Hall. Also geht schnell jetzt goethekets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann. Viel gut Drei. Wollen wir weiter? Ja. Ich bin schon ausgeschlossen. Siehst du, ich bin echt leid. Nein, Velo. Jetzt mal allgemein. Velo. Einfach ein Velo. Ein Velo macht, ich finde, Velo fahren ist die idealste Fortbewegungsform. Mhm. Weil einerseits ich muss mich selber fortbewegen, also ich werde nicht künstlich fortbewegt, sondern ich mache, dass ich, ausser ich habe ein Elektromelo. Ich wollte gerade sagen, unterstützt vielleicht. Aber das ist auch okay. Noch ein bisschen Unterstützung ist okay. Aber ich trampe, komme vorwärts. In einem Tempo, wo ich noch kann wahrnehmen, was um mich passiert. Also nicht mit 130 auf einer Autobahn. Ja. Ich kann Wege wählen, wo eben nicht auch noch andere Autos mit 130 unterwegs sind, sondern ganz allein irgendwo in einem Wald oder auf einem Berg. Und es ist geiler als Joggen, weil du siehst Landschaften. Ja. Es ist schüttelt auch nicht so. Ja, es ist gesünder für die Gelenke. Velo fahren ist die geilste Fortbewegungsart überhaupt. Und siehst auf einem Mountainbike irgendwo im Wald oder in den Bergen. Sei es auf einem Rennvelo, auf Landstrasse. Machst du das alles? Alles. Oder sei es auch mit einem Stadtvelo durch die Stadt. Wie viele Velo hast du? Eins, zwei, drei, vier, fünf. 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 Für die Stadt, ein Rennvelo, nein, zwei Rennvelo. Ich sage, du hast zwei. Ja, eben schon drei. Aber eins muss ich verkaufen. Eins muss ich verkaufen. Eins brauche ich nicht mehr. Das ist auch neu, auch super, aber ein bisschen zu klein. Ich habe nicht einen kleinen Fehlkauf gemacht. Ja. Weil, ein bisschen zu klein für mich. Ich muss zu sportlich drauf sitzen in der Position und ich bin einfach nicht mehr die HD Bogacar. Also nicht nicht mehr, ich bin noch nie die HD Bogacar gewesen. und dann noch so der alte Rennner, der Alurenner, den ich einfach brauche, zum so bei Schönwetter, ohne Schutzblech, Mountainbike, Stadtvelo, Rennvelo, ja. Alright. Velofahren ist das Geilste. Also machst du dann also richtige Velotouren, wo du sagst, geh mal auf Como. Das würde ich, das würde ich gerne. Das ist das Nächste. Aber das ist dann wieder, also was wir jetzt machen, ist mit meiner Frau zusammen eine Velotour durch Holland. Oh, flach. Flach. Geil. Das ist ihre Bedingung gewesen. Es darf kein Berg im Weg stehen. Und mit Gepäcktransport. Also wir wissen immer, am nächsten Tag sind wir in dieser Stadt, in diesem Hotel und das Gepäck wird von jemandem mit dir transportiert. Wirklich? Mega geil. Wie machst du das? Ja, das ist einfach so ein Package. Wie bietet das an? Direkt? Ja, du kannst ohne Gepäck Velofahren. Das ist doch geil. Es ist wirklich so eine Velotour. Oh, aber ich würde dann auch mit einem Hollandrad würde ich das machen. Es ist mir egal, wenn ich jeden Tag nur zehn Kilometer weiterkomme. Das sind die geilsten und entspanntesten Velos ever. Bist du mal auf so einem gesessen? So die Cruiser. Ja. So aufrecht, bequem. Ich hätte gerne so eins privat. Für da. Ja. Also Zürich ist halt ein bisschen blöd. Genau. Überall geht es sehr schnell sofort rauf. Als ich das Wegezimmer in Zürich hatte, habe ich so eins gehabt und dann habe ich gemerkt, ah, das ist wirklich nur gerade für im Quartier. Ja, so ein Eingänger. Oder einfach so ein schwerer Hure Sau. Ja. Aber geil, ja. Ey, aber in Amsterdam so eins mieten und rumfahren ist das Geilste. Ich war ja in Sri Lanka vor ein paar Monaten und so die indischen, srilankischen Göppel. Die kenne ich nicht. Die mit der Stange, also die haben auch so einen bequemen Lenker, die Runde. Ja. Ich brauche halt schon so eine Stange vom Style her. Weißt du, nicht so ein Damerad mit dem Rock hast drauf. Ja. Das nennt ihr die Holland- Ja, aber das brauche ich als Deutsch. Das ist mir scheissegal. Nein. Nein, Style-wise brauche ich schon. Ich bin einfach so, wie ich jetzt eigentlich da sitze, oder? Genau so will ich ein Velo fahren. Ja, du kannst, so fährst du ein Velo. So. Genau. Und unzerstörbar. Ja. Es sind einfach auch 50 Kilo Stahl. Wenig Schnickschnack dran. Einfach drei Gänge oder einen. Der Dreh ist perfekt. Ja, je weniger das schaltest, desto weniger brauchst du das. Nein, weil dann geht es mal ein bisschen hoch, dann gehst du in den einen und wenn es wieder ein bisschen runter geht, dann gehst du in den anderen und dann bist du wieder im Höchsten. Cruisen. Das ist geil. Weil ich mein kompetitiver mit Abschalten unterwegs und wirklich nur ins Cruisen käme, dann wäre das genau das Velo. Ich brauche noch viel Velo. Ich habe noch kein Tourenvelo, ich habe noch kein Gravel. Was ist ein Gravel? Ein Gravel ist vom Rahmen her eine Art wie ein Rennvelo, aber mit dicken, fetten Pneuen, wo du wirklich ins Gelände kannst. Okay, aber nicht ein Mountainbike. Nicht ein Mountainbike, nicht so gefedert und wirklich so Trails und Jumpen und so wirklich harte, versteinete, verklotzte, verfilzte Trails fahren, aber wirklich so durch den Wald und mal auch über den Wurzeln. Weisst du, was ich liebe? Wenn in der Stadt es ist meistens ein Dude und er hat meistens ein Band-Shirt an und dann hat Vater auf einem Velo mit so einem Monster-Truck-Reifen. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Was ist das? Ich komme nicht raus. Okay, bin ich froh. Ich denke, du erklärst mir das jetzt. was ich mir das jetzt ergoogeln. Macht das Sinn, weil es für irgendetwas gut ist? Nein! Oder ist es auch nur Style? Ja, das sind so die Big Monster, Brittle, das hat ja auch so einen Namen. Ja, aber du hast ja viel mehr Fläche auf dem Rad, obwohl du ja keinen Untergrund hast, wo du die Fläche brauchst. Das heisst, du musst doch wahrscheinlich angestrengter auf dem Ding fahren. Ja, aber was natürlich ist, wenn der Reifen an sich, nachdem wie hart er gepumpt ist, ist es auch noch eine Federung. Also wenn er nicht ganz so hart ist, dann teilt es auch noch. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn du cruisen möchtest, gemütlich, dass es schon noch geil ist auf so fette Pneu, dass es wie auf dem Sofa ist. Du fährst wie auf dem Sofa. Also wo ich es verstanden habe, ist, es gibt so die Velo, wo du dann im Schnee die Piste durchfährst und die müssen dann so fette Pneu haben, damit die Halt haben. Ja, 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 das ist wieder absant. Ja, genau, die Fatbike. Genau, Fatbike. What the fuck? Aber das ist jetzt genau so eins, das ist ein Mountainbike. Mit dem fährst du wirklich dann die Ski-Piste durchfährst. Aber das hat natürlich... Aber die mit den Bandshirts haben dann so... Aber das hat natürlich keine richtige Bremse. Keine genügend gute Bremse, wenn du da abgehst. Die? Das ist eine Scheibebremse. Ist es eine Scheibebremse? Ja, das ist die... Ah, ja. Das ist eine sehr gute Bremse. Aber die mit den Bandshirts, die du meinst, die haben dann so Köppel mit den Pneuen und der Köppel an sich und der ist noch fast ein bisschen an einem Töff in der Hand gemacht. Als würde er Harley fahren, kann sich aber kein Harley leisten. Jetzt hat er ein Fatbike. Ich wollte niemandem zu nahe reden. Vielleicht gibt es einen mega guten Grund, ich kann es bis jetzt nicht... Ich habe den bis jetzt auch noch nicht rausgefunden. Und ich bin immer fasziniert, wenn ich so einen sehe. Ja. Es ist immer so, was machst du? Und ich habe immer das Gefühl, es ist nicht mehr als 25 kmh, was der jetzt gerade fährt. Nein, geht ja gar nicht. Nur schon der Luftwiderstand, den du erzeugst mit dem. Überhaupt keine Aerodynamik. Null. Einfach BAM! Einfach so eine Wand von Luft. Entweder ist es urebequem oder es ist ja wirklich Style. Aber Style hat es ja auch so... nur so Medium. Okay, aber die gehen auf Holland und es wird immer das Gepäck einfach dort hinten da voll geil. Jeden Tag so 40, 50 km. Ja. Von Utrecht auf Amsterdam, von Amsterdam auf Sandfort, das Meer, das Meer durchab auf Den Haag, von Den Haag auf Rotterdam. Dort mal ein bisschen länger bleiben, weil es scheint es noch eine geile Stadt, das Rotterdam. Von Rotterdam auf Chauda, von Chauda auf Utrecht irgendwie acht Tage oder so. In Sandfort hat es noch eine Rennstrecke. Äh, Auto-Rennstrecke. Ja, aber ich weiss nicht, ob man vielleicht auch mit dem Velo drauf kann. Aber wenn ich, wenn sie sich dann, ist ja am Meer, wenn sie nach getaner Arbeit nach 40 km geradeaus fahren, finde, jetzt habe ich mir so den Strand verdient, dann gehe ich noch schnell auf die Rennstrecke. Gehst du auf die Rennstrecke? Weil, die hat, also die ist jetzt erst wieder in Formel 1-Kalender draufgenommen worden, weil Max Verstappen die ganze Zeit gewöhnt. Da haben sie gemerkt, sie brauchen irgendwie ein Heimrennen. Dann sind sie auf der Sandfort. Die hat eine brutale, brutales Banking nennen sie es. Die eine Kurve hast du wirklich so... So eine Art Steilwandkurve. Ja. Und ich stelle mir vor, mit dem Velo, gib mal ein, äh, Sohlti. Aber das ist einfach wie die offene Rennbahn zu Oerliken. Da? Generell die 6-Tage-Rennen-Rennbahnen. Sandfort, Bike-Heier, bla bla bla, aber zeig mal die Strecke. Vielleicht kann man wirklich mit dem Velo da drauf. Das Bike müssen wir nicht mehr heieren, das Bike haben wir schon geheilt. Eben, das Bike haben wir schon. Das ist aber nicht so einfach, so mit dem Velo, du brauchst ein bisschen Muttern, so in der Steilwand. Das ist eben genau so einer, wo du dann wahrscheinlich... Alain Franco Marvulli. So, und jetzt müssen wir jetzt müssen wir die Kurve finden. Ach, ich sehe sie schon da hinten. Banking. Gib mal Lina Banking, dann finden wir es. Sandfort Banking. Sieht? Hä? Sieht? Ja. Banking. Sie ist wirklich so eine schöne... Sandfort Banking, da kommt irgendein E-Banking-Portal von der Bank von Sandfort. Ja, mit Racetrack natürlich. The Bank of Sandfort Ah, da ist es ein bisschen. Ja, also es ist so ein bisschen wie der Amerikaner im Auto. Ja, ein bisschen wie bei Indy, genau. Aber dort ist es einfach eine kurze. Das ist jetzt die längere. Es gibt nämlich noch... Es ist nicht ganz so steil, wie so eine sechs Tage in einer Rundbahn. Es gibt die kurze. Es gibt eine ganz kurze, die einfach so... Ah, was sind das? 90-Grad-Kurve. Nein, es ist eben mehr als 90-Grad. Ich hätte gesagt so 120-Grad oder so. Also du gehst wirklich so rum und nicht ganz zurück. Ja, also, falls ich in der Zeitung gelesen habe, dass ich verhaftet worden bin, weil ich während einem Autorennen dort mit meinem Velo mitten über die hohe Strecke geröschtet bin, dann ist der Joel geschuld. Du kannst den Stroblwaffeltest eben dort machen. Den Stroblwaffeltest? Ja. Stroblwaffel und du machst sie ganz oben von der Kurve und stellst sie hin und sie rollt bis ganz runter. Dann weisst du, es ist eine recht steile... Steil genug. Was ist eine Stroblwaffel? Stroblwaffel? Das wirst du viel essen, wenn du jetzt in Holland bist. Ah, ich weiss, welche glaube ich. Das sind die Runden... ...die so eine Füllung drin haben. Genau, auf die Honig drin haben. Honig, ja. So gut. Geil, ja. So fein. Hier, schau mal. Stroblwaffel. Ja, genau. Stroblwaffel. Mmh... Die sind so fein. Isst man sonst gut in Holland? Weisst du das? Ähm... Du bist einfach nur Stroblwaffel-Experte und sonst hast du keine Ahnung von holländischem... Fett. Ja, es... Es kommt auf ein Woh. Es kommt auf ein Woh. Du hast, ähm... viel Fisch, was toll ist. Ja. Wenn du Fisch gerne hast. Ja, ja. Ja, also Fischsachen sind toll. Ja. In der grösseren Städte, wo du es gesagt hast, ist es eh kein Problem. Da kannst du riesige Thei essen. Da kannst du alles essen und es ist alles sehr gut. In landlichem Gebiet schwierig. Ja. Schwierig, schwierig. Für was unsere Gäume sich gewöhnt ist und was sie auf den Tisch stellen. Was stellen sie auf den Tisch? Hey, ihr Verständnis von Käse ist ja ein bisschen anders als unseres. Das heisst, alles, was in irgendeiner Art wie es mit Käse zu tun hat, ist für mich stark Jungwöhnung gewesen. Plastik. Also entweder ist, sehr oft haben sie Blauschimmelkäse drin. Oh, ich weiß. Habe ich an sich gerne, aber der dritte Salat mit Blauschimmelkäse in zwei Tagen bist du so... Habe ich es langsam gesehen. Hey, ich will auch mal noch etwas anderes schmecken. Ja. Und wenn du den Bach hast, bekommst du ihren Standardkäse, zum Beispiel auf einer Pizza oder zu der Pasta und das ganze Gericht ist ruiniert. Weil einfach es passt im Kopf so nicht zusammen, dass jetzt der Reibkäs, wo du dir halt irgendein griften Italiener gewöhnt bist, wie es bei uns ist, oder von mir aus auch Sprints, einfach so ein bisschen nicht zu viel Geschmack, das hat dann der säuerliche Käse und die Säure, die übertüncht alles. Und was der Solti sagt auch, wenn sie dann so mit denen... Soße. Ja, so Fleischgerichte und so. Dort ist es einfach wirklich so... Ja. Aber... Fisch. Fisch ist geil. Acht-Tag-Fisch ist auch gut für die Prostata. Omega-3. Richtig. Omega-3-Fettsäure. Und... Mega geil. So ein Holland-Trip. Like it. Hey, ich freue mich mega. Ja. Das einzige Risiko ist noch ein bisschen das Wetter, weil Holland ist jetzt nicht... Sehr bindig. Meine Frau hat recht müssen wir über ihren Schatten springen. Es ist so ein... Sie lebt einfach gerne drei Wochen am Mittelmeer und macht nichts ausser 27 Bücher lesen. Ja. Das kann sie mega gut. Und das ist jetzt wie mal so ein bisschen ein Kompromiss in meine Richtung. Dass wir mal ein bisschen auf das Velocat sitzen, mal ein bisschen Atlantik und mal ein bisschen raucher und ein bisschen windiger und vielleicht auch nicht so ganz so heiss. Ja. Und wenn es dann so 25 Grad ist, ab und zu das Windchen geht, hinten wieder mal eine Wolke durchzieht, ist voll okay. Aber wenn es dann acht Tage durchschifft bei 13 Grad, dann wird sie wahrscheinlich ein bisschen unausgleichen. Kann sein, ja. Und das ist jetzt ein bisschen das Risiko. Das ist ja... Eben, das ist vor allem dein Risiko. Weil, mein, wäre es denn schuld? Ja, eh. Ja. Wenn du hast es wollen... Ganz eindeutig. Du hast das Scheiss wollen. Du hast das unbedingt wollen. Dort in Imperia, in Liguria, wo wir schon schon mal sind. Dort ist es einfach mega schön. Aber auch in 36 Grad. Das wäre eine Verrückung. Da muss ich immer sterben. Liguria ist aber total. Nein, Liguria heisst ja, Liguria ist vom Klima her super. Ja. Im Sommer wird es nie uh-hure heiss. Und im Winter wird es auch nie wirklich kalt. Es ist sehr ein ausgeliechtiges Klima. Aber wir sind jetzt 2-3 Mal in Liguria gewesen. Es ist aber jedes Mal garantiert genau dann, wo wir da gewesen sind, 37 Grad gewesen. Ja, aber ich habe lieber 37 Grad in Liguria als zum Beispiel in Paris. Ja, das stimmt. Natürlich, ja, ja, klar. Am allerliebsten habe ich einfach nicht 37 Grad. Hey, wenn man es wählen kann, ja. Kann man. Utrecht, Sandford. Nur ein bisschen auf der Endstrecke. Also wenn du das wirklich machst, bitte schick mir eine Fotos. Ja. Mit dem gemieteten holländischen Köppen. Ja, ich meine, wenn man dort eins kann mieten zum drauffahren, dann kann man sicher irgendeine Admission. Ja. Also weisst, in Monza haben wir auch Leute gesehen über die Strecke Joggen und Velofahren und so. Also es gibt Möglichkeiten, dass du... Sicher noch einen geilen Belag. Also beim Velofahren auch schon so eine Wöhle gibt einem im Ranzen. Wenn du mit dem Velofahren über Belege fährst, so frisch, teeret, wirklich glatt. Ja gut, die haben aber schon ein bisschen Shit innen. Schon? Ja. Recht Nimm es jetzt mal an, weil es eine Rennstrecke ist. Aber dort kannst du ja dann auf eben entweder der Fahrspur, dort hast du wahrscheinlich nicht viel Abrieb und auf der anderen kannst du noch zusätzlichen Gummi auflesen. Auf der ganzen Huren Gummi Leid. Die Ideallinie treffen, Tom, die Strecke lesen. Richtig, richtig. Ja, das antwortest gut. Bucketlist. Würde mich wunder nehmen. Und wenn Mountainbike und so, das machst du dann allein? Oder hast du so eine Velogruppe? Ich habe auch Velogruppen, mehrere, verschiedene. Wirklich? Nicht eine zu fest, sondern man kann sich das einfach zu auswählen. Und ich gehe am meisten allein. Ich gehe nicht am liebsten, aber ich gehe sehr gerne allein, weil ich sehr gerne spontan aus dem Moment einfach mich entscheide, jetzt mache ich das und gehe. Und mit Gruppen musst du immer alle vorher und lang und hinterher. Und der eine findet es scheisse und der wäre dann doch lieber für dort und hat noch eine andere Idee, wo auch öppet ihr geil, also es sind geile, coole Gruppenerlebnisse, so das Zweite, das Dritte oder das Fäufte Mal gehen, Velo fahren, beides cool. Aber ich gehe viel allein, weil ich einfach eh gerne allein bin. Und allein auf dem Velo Gedanken fließe Landschaften die vorbeiziehen ein bisschen leiden gehört auch dazu und dann aber auch stolz sein, wenn du etwas geschafft hast. Es ist so Me-Time schon noch gut. Und dort hast du natürlich ein Outfit. Velo hast du ein Outfit. Das ist wirklich ein bisschen peinlich. Hast du eine schnelle Brille? Natürlich alles. Ich gehöre nicht zu den coolen, ganz coolen. Es gibt einen Boom. Viele junge, coole, tätowierte, hippie Städter, die sich zusammenschlissen. Und dann ist es sehr wichtig, dass du die richtigen Brands hast und die geilen Trikots und die richtigen Brille und der Helm muss dann auch stimmen. Und da bin ich weit davon entfernt. Okay, also ich fahre nicht in diesen alten Chilo Baumwoll Hämper rum wie die alten Männer mit ihren alten Stahlvelo, was aber auch in der Mitte und muss immer wieder mal widerstehen und sagen hey ich brauche jetzt brauche ich einen neuen Helm. Mein Helm ist ok, aber sieht zu wenig cool aus. Er ist zu fest Reisschüssel. schon schlanker und knapper cooler aber muss extrem aufpassen dass man nicht in den Konsumrausch kommt weil man das Gefühl hat man muss alle drei Wochen ein neues Tönue haben und eine neue geile schnittige stylische Brille und wie das kommen dann ein paar Sachen zusammen Ich sehe das beim Golfen bei ein paar Kollegen von mir wo der Kaufrausch kommt jetzt brauche ich den neuen Schläger und noch das coole Oberteil und eine ganz spezielle Mütze und es wird ja ein Modeding das man findet auch alles zusammen pass und es ein und dann verhacken sie den Ball also ja genau dann ist es besonders peinlich wenn das wo du in dem High End Denue wo nur die Profis eigentlich haben ausübst wenn du das gar nicht kannst dann ist egal welche Sportart einfach ein bisschen peinlich dieses Equipment muss in dem Mass mit dir wachsen wie deine Fähigkeiten entwickelt dann ist okay und es muss immer auch noch funktional sein Wolf oder wie heißt der Füchs kriegst was ist das Füchs ich glaube der Wolf ist ja da und der Fuchs ist ein bisschen weiter hinten das ist so bei der Brug sag ich jetzt mal beim Damm ja es gibt ja das kommt dann immer mehr je länger und je weiter das ist du merkst die Velohose ist mega wichtig die muss wirklich passen der Sattel ist entscheidend bis du mal einen Sattel gefunden hast wo einigermassen auf dein Füchli passt und auf dich dann kann man Sattel mass schneiden lassen kann man ja wirklich kann man alles du kannst test sitzen dann wird dein Gesäß und deine Rückstelle beim Fahren wird gemessen und dann wird das ausgemessen in der billigeren Variante empfehlen aufgrund von deinem Sattel oder Sitzprofil dann dir einen Sattel empfehlen den es im Sortiment gibt aber man kann die natürlich auch customizern du kannst alles customizern du kostet unendlich viel Geld und wenn du beim Sattel ich würde auch nehmen der Boxer der Boxer die 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 besonders bequem aussehen sind meistens scheisse mit der Zeit weil wie findest du das mit dem Gitter was ist denn das relax krass so ich noch gar nie gesehen relax IQ ich glaube das ist mehr ein Sex Spiel es hat jetzt schon nach dem aus gesehen oder hast da noch jemand anderes als der Sattel dann kannst mal vorne sitzen und dann sitzt wieder hinter er hat einen eingebauten Anal Plug damit auch nach Kilometer 125 immer noch Wöhli hat auf einmal zwei Veloketten Nein Es hört nie auf Es gibt Ich habe mal kurz ein bisschen Triathlon gemacht Kurz Also So nach meinem Achter 5 Kilometer Nein einfach nur eine kurze Zeit I know Olympisch Die olympische Distanz Und dann habe ich Zürich Triathlon Und dann auf dem Gelände Zürich Triathlon hat es wirklich so einen ganzen März hat es Stemmd Und du kannst nicht all den Shit kaufen wo du das Gefühl brauche ich für den Triathlon Spezielle Hosen die du brauchst zum Schwimmen und dann auch wie das Velo und 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 Bei allem was du siehst denkst Das brauche ich Genau Und es ist dann mega schwierig Es sind wirklich so mittelalte Männer Dankbares Opfer Die haben schon ein bisschen Geld miteinander vielleicht haben irgendeinen Job und können sich das leisten Und sagen das gönne ich mir jetzt Das Velo für 17'000 Franken wo eigentlich nur Triathlon Weltmeisterin fährt Daniela Reif Braucht das Ja Du nicht Aber es gibt so viele überequipte mittelalte Männer Es ist schon man muss ganz ehrlich sagen es sind meistens Typen Es ist schwer zu widerstehen Du denkst Du stehst so dort und findest Hörgeil Wieso habe ich das nicht Ich brauche das Bist du nie auf die Idee gekommen dass du das bräuchst Aber jetzt wie habe ich bis jetzt leben ohne das Gadget Aber das Geil ist Am Tag vor wenn dir das jemand erzählen es gibt das und das würdest sagen das ist völliger Bullshit Brauche ich das Und am nächsten Tag bist dort siehst es doch natürlich brauche ich das Das denke ich an Skiferien so Wintersport wenn du bei einem Lift anstehst denkst du da sind jetzt ein paar sehr gut ausgerüstet Und dann braucht es aber schon innere Stärke um zu sagen Nein mein Helm ist 13 Jahre ist nicht mehr ganz so Hose habe ich mal geschenkt von einem Kollege Es tut es noch Passt nicht ganz aber ist egal Es tut es noch Und dass du nicht ins nächste Sportgeschäft rennst und völlig übeteuert dir auch so einen neuen Helm und neue Skihose Ja Ich bin mit jedem Jahr Ich habe so eine Challenge wie mit dem Widerstehen auch irgendwann auf ein Elektro-Welo umzusteigen ist meine Challenge im Winter immer wieder eine Saison zu Ja Ja Saison ist jetzt passiert Aber ich habe jahrelang mit meinem alten zu klein von der Farbe völlig aus der Mode geraten Helm bin ich Ski gefahren und habe jedes Mal gedacht Ja jetzt muss man wirklich mal einen neuen Helm kaufen Und Ende Saison habe ich innerlich den gemacht Yes Ich habe wieder eine Saison widerstanden Ich kaufe der nächsten Saison einen neuen Helm Und so geht es dann auf den Pisten mir immer Wie lange kann ich wieder stehen Aber das darfst du ja auch nicht zu lange machen Sonst bist du irgendwann auf dem Stabenbett und denkst Hatte ich doch den Velohelm noch gekauft Oder den Skihelm oder was dann auch immer Die 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 sehr lange durch werden belohnt indem sie plötzlich in die Retroschine kommen Die anderen wieder anfangen die Helme kaufen oder die Descente Skia die Birwin Zurbricker und Marialis an die wieder Mode werden und die werden neu produziert und du siehst sie auf Retro gemacht Du hast immer noch das Original von damals und bist der König Die werden dann irgendwann belohnt In Schottland habe ich mal bei einer Mixed Show und eine Comedy Show und dann kommt der Headliner mittelalterliche Dude aus Schottland und ich habe so ein paar Minuten gebraucht bis ich angefangen zu stehen und dann redet auf 15 Minuten darüber dass ich eine Brotpfanne kaufen muss aber er ist genau in dem Alter und er sagt jetzt will ich nicht eine scheisse Brotpfanne kaufen jetzt will ich eine kaufen die ich weiss das ist wahrscheinlich die letzte Brotpfanne die ich kaufe für den Rest meines Leben und aber wieviel ist mir das wert dass ich nur die Brotpfanne brauche bis ans Ende meines Leben und so weiter und so fort 15 Minuten das ist so geil und ich merke so mit jedem Jahr komme ich mehr hin immer wieder denke ich immer wie mehr was das sagt ich bin Mitte 20 und ich habe es lustig gefunden und ich spüre wie das so langsam aber sicher also dass du in ein Lebensgefühl kommst wo du merkst die nächste Anschaffung ist die letzte Anschaffung nicht ist nicht unbedingt die letzte aber wäre ja auch geil wenn es die letzte ist weißt du in dem Sinne jetzt kaufe ich nicht mehr eine die morgen kaputt ist der alte spruch irgendwie ich bin zu arm zum billig kaufen kennst das ja und ich habe einen lang blöd gefunden und langsam check ich das langsam bin ich so wenn ich wieder blieb bei einer Brotpfanne wenn ich jetzt ein 15 Sturz Ding kaufe irgendeinem wo ich so finde wow habe ich jetzt aber einen geilen deal gemacht und ein halbes jahr später hast drei schichten wo du so abziehen und selber noch bröteln dann find fuck im endeffekt kommt es teurer und du hast noch scheisse qualität gekauft und noch irgendein produkt wo billig produziert wurde unter arbeitsbedingungen wo nicht geil und du hast noch die umwelt aber so heftig schon nur dass du dir jetzt furchmeissen musst gibt irgendwie wieder schwarzen rauch ins jenseits und so weiter und so fort das ist so bisschen voll und das ist die letzte die ich kaufe weil ich stirbe also die letzte die ich kaufe weil ich bin dort die blockieren dann weil man die entscheidung so auf ein riesiges podest stellen es muss jetzt genau die richtige bratpfanne sein ich darf jetzt ja keinen fehler machen und das ist eine so grosse entscheidung mit so einer tragweite mega dass du komplett blockiert bist und gar keine kaufst weil lieber keine kauf als dann noch die falsche oder du kaufst die falsche und jeden tag hasse dich selber du lächst die bratpfanne an du bist so jaja du selbst steigst dich mit deiner bratpfanne weil es die falsche war muss man auch aufpassen absolut das denke ich immer bei so architekten architektinnen die sich das eigene haus bauen denke ich immer so das wäre mir zu gross risiko weil wenn ich den fuck up mache und dann gehe ins red doi wo einfach irgendwie die 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 wand ist auf der falschen seite näher gezogen oder irgendeine scheisse da bin ich froh wenn es jemand anders gemacht hätte ich kann sagen ich besser gemacht haus bauen abgesehen davor dass mir die finanziellen mittel fehlen in zürich ein haus zu bauen aber ich würde es nie wollen all die entscheidungen massiv das ist nur schon wenn du den fuss gehst hey ist es die richtige bratpfanne oder ich wollte ja nicht die falsche kauf es ist eine fucking bratpfanne baue mal ein fuss jede scheisse teuerfalle jeden wasserhahn gibt es ja in 25 verschiedenen ausführungen und ich für jedes einzelne detail musst du dich entscheiden ich wäre komplett überfordert ich sehe das jetzt bei freunden mir würde den kopf platzen sie zeigen mir dann wirklich so 70 seitige pdf's dann schauen jetzt da oben der kuchen wir haben die möglichkeit wir haben die möglichkeit und inseln da und dann aber das licht und dann sage ich oh aber was findest du sag mal dann habe ich gesagt oh aber lügen mal was mir jetzt was mir persönlich würde stören ist dass die eine lampe da halt nicht dort über dem teil der inseln ist oder ja aber dann habe ich gemerkt wenn ich das so würde machen dann wäre hinten das nicht mehr in der mitte mit dem schützstein und so oder und dann bin ich schon so okay ich bin raus und ein Kollege von mir das allergeilste passiert irgendwie ein und eine andere partei die haben zusammen so ein Doppelhaus gebaut wo sie sich einen Pool teilen irgendwie so und einen Garten also sie haben einfach wie ein Zweifamilienhaus gebaut und dann haben sie den Pool eher schmalen da haben sie zwischen den beiden Häusern und dann hast du eine Mitte die das irgendwie verbindet und dann hast du in der Mitte dort hast du eine Türe wo du von beiden Seiten quasi raus kannst und der Pool ist zwischen den beiden Häusern auf der einen Seite ich glaube ich erfinde jetzt eine Zahl aber sagen wir 40 cm näher als auf der anderen und das ist einfach so ein Fehlding gewesen obwohl sie gesagt haben wir wollen es in der Mitte hat das irgendjemand falsch ausgebuddelt ja Mitte ungefähr Mitte ist schon und anscheinend auch gewusst dass es es falsch macht aber es ist jetzt wie egal wir machen es jetzt einfach so weil es ist irgendwie einfacher und das ist etwas ich würde jeden Tag wenn ich würde den Abend schauen würde ich mich sonst tot aufregen aber so richtig weißt es ist eigentlich so dumm das ist überhaupt nicht wichtig ob das in der Mitte ist oder nicht aber einfach so für die innere Ruhe die innere Monk wo ich auch sehr bin ich bin ja der Pedant ich tue ja gerne so rechte Winkel und das Zeug so ein bisschen ausrichten jeden Tag wäre es wie ein Stich ins Herz und sie hat dann natürlich finanziell etwas rausgekriegt für das und so das ist alles egal das ist alles scheissegal nicht um das mit dem muss ich jetzt leben jeden Tag das ist dann auch der Punkt wo man sagt dann machen wir vielleicht lieber nichts nicht dass ich könnte also es ist jetzt auch nicht so als könnte ich ein Häuschen bauen lassen aber first world problem mega mega cool ist 40 Sonntag zu nahe am einen Haus aber es ist ja so absurd es ist so absurd und ich weiss wie fest es mir würde nerven auch im Programm habe ich eine Nummer über etwas Ähnliches einfach so man checkt es ja man weiss ja wie dumm es ist aber man kann es nicht es nützt nichts man kann es nicht es ist einfach es ist so es ist so blöd es nützt mir jetzt in dem Moment nichts dass ich weiss weisst andere haben gar keinen Pool ja schon ich hätte lieber auch keinen Pool weisst du was lieber keinen Pool als 40 Santi äh falsch gelegen ok äh muss man Sinn ja komm machen wir noch Feelgood4 hast du überhaupt noch hey das kommt mir immer wieder etwas in Sinn Feelgood4 was kennst du wenn ein rotes Lämpchen angeht ja vielleicht ist es wie ein pavlovischer Reflex eine Konditionierung ja vielleicht bin ich einfach auch gefangen davon dass ich abhängig bin von einem roten Lämpchen die angeht ja wie jetzt mit dieser Kamera ja lustig weiss das hat mich immer irritiert die hat kein rotes Lämpchen das hat eine das hat eine das ist eben noch geil es ist einfach nur ein rotes Lämpchen aber es macht etwas was sagt jetzt zählt es und das erzeugt in mir so eine so eine innere keine Spannung sondern eine Energie die ich sonst im Leben nicht habe also ich bin ein bequemer lethargischer fauler Mensch wo sehr gerne sich irgendwo versaufen lässt abgesehen von Velo abgesehen von Velo ist auch so etwas das mache ich und das holt mich aus meiner Lethargie aber rotes Lämpchen halt die Sendung ist on was jetzt ist ist es ist wie auch mit den Entscheidungen das ist ja noch geil du musst dich nicht entscheiden soll ich jetzt das oder soll ich das und du hast keine Zeit du musst einfach machen jetzt musst du ja das wo jetzt erst als erstes kommt das ist es und den Weg gehen du hast keine Möglichkeit wieder zurück und einen anderen Weg sondern es ist live es passiert jetzt es geht nur vorwärts zurück geht es nicht mehr und das ist mega geil das entlastet mich genau vor all diesen Entscheidungen soll ich jetzt welcher Wasser haben sondern ich muss jetzt einfach in dem Fall den und von dem geht es nachher weiter zu dem Lichtli und zu den Blätli und dann baut sich das Haus von allein wenn es einfach den einen Weg gibt und das befriedigt mich dann sehr und am Schluss ist es einfach das Haus wo einfach in dem Moment mit dem roten Lämpchen und dem Druck vom Live-Moment entstanden ist das ist es jetzt und meistens ist es voll okay und ich muss auch gar nicht wer weiss ah fuck ich hätte eh können natürlich machbarer Sammig hätte ich doch dort im Nachhinein gekommen etwas geiler sind aber das Schöne ist es ist ja auch wieder weg es ist weg es wird dir dann auch gerade wieder abbaut sozusagen Schall und Rauch genau es ist dann nicht es schadet dann nicht 100 Jahre in der Gegend und jeder wo vorbeikommt sagt oh wer hat die Hütte gebaut so dann ist es wieder weg ja rote Lämpchen das ist mega schön ich verstehe das darum sage ich die Leute immer wenn sie mit Comedy anfangen und sie überlegen sich mal irgendwann ein Soloprogramm zu machen sage ich immer mach ein Datum fest einfach dann ist die Premiere fix das weil wenn du umgekehrt denkst und denkst ich will zuerst genug gutes Material haben vergiss es das ist der konstante Prozess wirst du nie ein Ende finden sondern irgendwann ist Tag X und einfach was du denn hast das ist dein Programm und das kann sich dann immer noch verändern weil man könnte sagen ah dort hätte ich vielleicht und das geht dann auch immer noch weiter und darum habe ich für mich eigentlich auch jährlich weil sonst habe ich zu lange Zeit mit solchen Entscheidungen du spinnst ja einfach jedes Jahr wieder etwas Neues ja jetzt geht es eben nicht mehr also weisst ich habe ich wollte jährlich aber die Schweiz ist nicht ganz in diesem Rhythmus ich glaube weder die Leute die schauen gehen noch halt Veranstalter Locations etc aber ich merke es jetzt jetzt habe ich wieder mal eine Pause sozusagen jetzt habe ich erst zwei Jahre später das nächste Programm und jetzt bin ich mich völlig am Verwirren mit dem Namen vom Neuen weil es ist ja zu lange Zeit zum drüber nachdenken richtig weil für mich ist schon so lange klar gewesen wie das heisst und jetzt habe ich schon zu lange Zeit gehabt jetzt bin ich ah aber vielleicht das jetzt mittlerweile habe ich irgendwie sieben so halbbefriedigende Namen im Kopf wo ich denke so kann es heissen so kann es heissen jetzt muss ich wieder warten bis ein neues Ding kommt wo ich denke es wird keins von den sieben sondern es wird dann bam das da vielleicht ist es auch egal wie es heisst es ist genug Comedians da da haben wir sicher auch schon drüber geredet das ist ja für mich jetzt eine neue Erfahrung jetzt auch auf der Bühne zu stehen und genau den Prozess von hey du musst einfach mal jemandem das Go geben wo das Booking macht und dann wird einfach gebucht weil ich weiss noch wo wir drüber geredet haben und du einfach gefunden hast mal schauen genau weil ich bin zu faul und äh nein und zu ängstlich und dann musst du auch jemanden haben also ein paar andere Leute die sagen mach mal das zusammen das ist schon mal gut nicht allein und dann jemanden der sagt also gut ja ich buche und dann stehen die Termine und dann haben wir eine Vorstellung jetzt müssen wir etwas anöprügeln und es geht ja dann und es geht ja dann und dann ist aber auch dann ähm am Anfang hast du einfach einen Titel und ein paar Sätze so ein Beschreib zu etwas was es gar nicht gibt und dann fällt ein Vorverkauf an und die Leute denken in dem Moment wenn der Vorverkauf anfängt ah die haben das Programm das können wir jetzt nein die haben einfach noch gar nichts die haben nichts wir haben einen Titel und ein paar Ziele und sonst keine Idee kein Plan und jetzt müssen wir aber und so entsteht das dann und das kann ich mir dann sagen lassen von euch die das von Berufsfragen machen wir machen das ja berufsbegleitend aha das ist normal ja so läuft es ja okay meistens schon ja es gibt es gibt natürlich solche die schon ein bisschen früher alles parat haben aber selten hast du wirklich so die die Symbiose von Titel Programmbeschreibung und Inhalt das ist alles zusammen ist bis dann aber auch nicht so wichtig ähm aber ich meine logisch wie es bei meinem Theaterstück dort ist es meistens schon rum und dann weisst du halt schon okay selbst wenn wir das jetzt irgendwie übersetzen oder so ja gut ja man hat eine klare Idee von wie das dann soll ausgesehen das heisst Schuld und Säune weil Dostoevsky hat dem schon den Namen gegeben musst du nicht selber dir einen aussuchen ja klar und äh der Name ist nicht so wichtig bei Comedy äh der eigene Name ist wahrscheinlich wichtiger und das Gesicht aber es muss halt auch klar erkennbar sein dass es nicht das ist was du schon gemacht hast es geht mir um das ja es ist jetzt neu es heisst jetzt anders wie es heisst ist ihm fast scheisse egal wie es heisst es hat auch mit dem Titel vielleicht gar nichts zu tun richtig jetzt etwas anders und es muss anders ausgesehen ja oder also du kannst nicht kannst nicht einmal vor einem blauen Hintergrund sein und dann ist das nächste Bild ein hellblauer Hintergrund ja und die Schrift ist die gleiche Schrift also weisst du nicht so wenn du das nochmal aufhängst denkst so pfff habe ich ja schon gesehen das Schlimmste was dir passiert ist wenn die Leute das Gefühl haben ah nein das muss ich nicht schauen ich habe es schon gesehen nein das wäre eben etwas Neues darum jetzt habe ich gerade eine Idee gehabt dass ich es nächstes einfach neu nennen ja das Neue Schrift muss ich mal schauen wie viel es von dem schon geht hunderte wahrscheinlich wahrscheinlich ja ok aber das rote Lämpchen kann ich sehr gut nachvollziehen das Live Ding ja das hast du auch mega ich bin nie gut gesehen im Proben du kannst wahrscheinlich auch nicht wenn dir jemand sagt mach es mal dann wie nachher aber es ist noch nicht wenn du nicht die echte Situation hast vergiss es 30% höchstens kommen da raus darum mache ich fast keinen Fernseher weil Fernseher ist immer viel aufwendiger und komplizierter ganz viele Leute sind mit und Regie und Kamera und da musst du dort hinstellen und dort durchschauen und dann musst du es nochmal machen weil es halt nicht ganz dumm und jede Spontanität geht flöten und bei den wenigen Fernsehprojekten die ich dann trotzdem mal gemacht habe im Wissen dass es eigentlich gar nicht meins ist das war mega mühsam für dich weil sie sagen die Regie hat das Gefühl aber wir müssen es jetzt mal sehen dann was sagst du dann dort und dann sage ich ey ich weiss es im Fall noch nicht es ist mega wichtig für dich dass sie genau wissen was du sagst damit sie in dem Wissen schon in die Kamera und hey es geht so in die Richtung was in den Momenten mir gerade in den Sinn kommt ist es dann und für dich laufe ich spontan in die andere Richtung weil es dann mehr stimmt aber das geht schon nicht mehr nein du kannst nicht in die andere Richtung es ist alles so eingestellt dass du die Kamera fährst in die Richtung das ist so eine Einschränkung für mich da geht nichts mehr oder ja etwas aufzeichnen wo man dann im Nachhinein dann noch wenn ich die live die aufzeichnenden Sachen behandle ich immer so als wäre es live es ist jetzt und es ist nicht so im Kopf naja wenn es dann nicht so gut ist dann machen wir es einfach nochmal dann ist die Spannung draussen dann ist dann ist es schon fertig das rote Lämpchen sagt mir jetzt jetzt zählt es das macht ja auch einen massiven Unterschied als ich noch beim Radio gesehen bin und dann hast du irgendwie hast du ja mega gern für Morgensshow oder auch die Obenschau oder was auch immer hat mir also Teaser und Frontseller und wie das alles heisst also wo halt einfach dann Moderator ihn zu dir ins Studio kommt und erzählt was dann in der nächsten Sendung passiert oder und ich wollte das immer live machen und oft haben die das aber nach ihrer Schicht haben sie dann gefunden ah wir nehmen es noch schnell auf und dann kannst du das abspielen wenn ich schon nicht mehr da bin so in diesem Stil oder und es ist so krass weil die haben dann irgendwie fünf Stunden live moderiert und du hast eigentlich keinen Verschweizer drin und dann hat es heisst ok komm wir machen Aufzeichnung und dann bist du eine halbe Stunde dran wie es wirklich so äh hallo Schoffel ah warte ich muss nochmal hallo Schoffel lass heute bei mir ich blä 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 warte wir nochmal und wenn das mal passiert du kommst nicht mehr aus dem Hause es ist einfach es ist genau das es ist einfach vorbei du musst ja auch wenn es live ist bist du auch gezwungen wenn du dich verrannst ja wenn dein Satz in die Richtung dann findest du dann geht es jetzt nicht mehr weiter jetzt muss ich improvisieren ja das ist wie Seiltanzen ja jetzt mach aus dem angefangenen Satz wo gar kein Ende findet in die Richtung mach etwas dass er noch zu einem Ende kommt und wenn ich das das ist eine kreative Leistung das ist so eine Präsenz im Kopf du musst haben dass das geht und wenn es aufgezeichnet ist dann machst du einen Satz und der geht in die falsche Richtung und dann sagst du ah nein Abbruch ich fange nochmal an genau und wenn ich dann so einen Satz höre denke ich so ah schön gerettet geil weisst du bist dann so du bist dann dabei okay wie kommst du denn wow geil gerettet und meine Freunde sind so was ist das jetzt für ein Satz gewesen ja ich verstehe es es ist so es ist dort durch und irgendwie weil du sitzt ja dann eben vor der Kamera und du musst jetzt sagen oder vor dem Mikrofon oder was auch immer jetzt bring das Baby heim jetzt hast du dir etwas eingebrockt jetzt bist du in einen verdammt und dort merkst du auch dass das dann halt das eben auch wirklich ein nicht zu belächelnder Beruf ist was die Leute halt trotzdem gerne machen weil sie finden es ist ja nur reden ist so wenn du mal ich nehme als Paradebeispiel immer das perfekte Dinner wo einfach normale Menschen werden irgendwie Wochen zusammengewürfelt sie kochen irgendwie füreinander und sie machen abgesetzte Interviews und so und dann hast du wirklich das Gefühl niemanden reden also hast du das Gefühl die haben alle die haben alle nie Sprache gelehrt weil sie einfach die Situation nicht kennen und die Sätze die dort rausgekommen sind will ich so was das macht überhaupt keinen Sinn weißt du das ist einfach so Hauptsache ich habe irgendetwas gesagt und irgendwann bin ich auch Andi weißt du und das ist genau das wo du dann so findest es ist eben schon der Seiltanz da muss ich auch irgendwann trainiert sein und ausgeführt werden aber das ist ja wie bei jedem Handwerk wenn du das Gefühl hast aha das kann ich ja auch das ist mega einfach schau dem Roger Federer zu oder wo er noch Tennis gespielt hat beim Tennis spielen denkst du hey das sieht so mega easy aus wobei das habe ich gewusst das schaffe ich nicht aber wenn es wenn es wirklich wie leicht aussieht ich habe ja so in der Luft können aber es sieht es hat wirklich es hat so es hat so selbstverständlich ausgesehen wenn es leicht aussieht und weißt du das Gefühl aha okay das ist nicht mal so schwer glaube ich dann macht es jemand halt wirklich super gut das ist so ja gut kommen wir zum letzten viel gut fünf öhm noch mal einen ja komm noch einen kleinen noch einen kleinen das ist genau die Situation wo du im Moment musst einfach improvisieren was gibt es eigentlich noch was mich irgendwie mich gut fühlen lässt ich habe darum ich habe darum auch sehr spätig gefragt ob du weißt was das Konzept von der Show ist weil ich habe gewusst es bringt es nichts wenn ich dir vor zwei Wochen schon gesagt habe so ist es dann ich habe mir da ein paar Notizen gemacht das sind die geilsten die mit Notizen kommen ja mega viel das ist auchphin sicher ah die haben sich das aufgeschrieben ja ah Rock und ich habe genau gewusst wenn ich dir vor zwei Wochen sage das Ergebnis wäre genau das gleiche ich würde es auch sagen ja Nummer fünf und du würdest sagen oh nochmal einen ảnhalt luut feel good Nummer fünf ist einsamkeit nein einsamkeit ist zu negativ behaftet weil einsam er sage Leise stille ruhe und allein ja okay also ich kann so ich kann so einseitler mega gut verstehen ja wo im allein sie kraft findet und ich bin nicht so habe ich auch so gefunden ich kann das sabbatical so ein zweimonatiges sabbatical gemacht wo ich fünf wochen ganz allein gewesen bin und die letzten drei wochen meine frau ja auf so einer karibik insel und ich hatte die ersten zwei drei vier wochen kann ich mega genossen einfach für mich allein und dann habe ich aber gemerkt jetzt würde gerne sachen wieder ein bisschen teilen ja also ich bin nicht der einsiedler ich bin nicht so feste einsiedler wie ich gemeint haben ich kann mega gut allein sein und wenn ich zu wenig allein bin dann bin ich mega unausgleichen und anstrengend für meine mitmenschen ja dann stosse ich sie innerlich wirklich weg von mir ja 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 kannst du mal weg gar kannst du mal ich kann dich mega gerne ich liebe dich über alles du bist die wichtigste person in meinem leben aber hast bitte mal gar ja und nicht nur eine stunde oder einen tag auch gerne fast zwei wochen nicht mehr kommen damit ich wieder bock kann ja ich freue darauf dass du kannst und sind dann aber nach gemerkt danach drei vier fünf wochen ich sehe so viele sachen und ich weiss ich finde es lustig und denn auch quasi kein kontakt gar in der zeit also ein paar tage telefonieren aber ich telefoniere nicht gerne ja ganz schlechter telefonieren aber dann zu wissen ich freue mich mega dass sie kommt dann können wir nämlich zusammen über die insel fahren und die kreolisch angeschriebenen strassentafeln und wortstafeln anschauen und sagen huere lustig wie kreolisch lautmalerisch einfach das wort nimmt uns ganz für vereinfacht und andere schreibt und das ist einfach sprache mega lustig und ich habe gewusst sie finden es genauso lustig wie ich wir haben den gleichen humor aber ja ich finde es jetzt halt einfach allein für mich ein klein lustig ja und das ist auch okay aber irgendwann find ich zusammen etwas lustig finden zusammen über etwas reden schon noch geil also darum einseitiertum wirklich das ende denkt nicht ja aber viel aber trotzdem raum raum ja redest du mit dir selber ja bist du einer wo ja immer oder erst nach ein paar tagen wenn du wieder mal ein bisschen für die bist ich glaube mehr als ich selber mein okay so ja sachen dann laut geben oder eine option jetzt gerade irgendwie ausdrücken ja wenn es kein adressat hat mega geil und einfach hoffen hoffen die hat mich jetzt niemand beobachtet das sieht recht wird aus weil ich habe mir gemerkt wieso wenn ich irgendwie keine ahnung so zwei drei tage früher bin ich wirklich ja noch so in schreibferien dann bin ich irgendwie wochen auf amsterdam zum beispiel und habe gesagt jetzt bin ich da und jetzt schreibe ich irgendwie ein bisschen lalala und dann kann es natürlich schon sein dass wenn du einfach mal richtig eingekauft hast du hast genug zu essen daheim dann musst du eigentlich drei tage nicht raus so kann passieren oder das einste mal bin ich sogar noch ein bisschen krank gewesen dann bin ich eh nicht mir nach drehtag bin ich in den laden habe ich gemerkt ah soziale interaktion keine ahnung war ich wirklich so das sind so die moment wo dann irgendwo innen läuft und die andere person denkt was ist das für alien und du fühlst dich denn so dass ich wirklich kann unsere türen aufgemacht so dass ich so hallo ja hallo was willst du ja so wieso bist du so weird wir laufen schon nur was genau und du kannst dann auch nicht schwarzen du bist dann so dies i have ok so was aber das merkt man doch an menschen wo auch unfreiwillig ganz viel allein sind ja die werden ja so verschrauben ja glaube und ich habe mich selbst kurlige ja ja positiv konnotiert ja ich habe dann selber gemerkt auch nach der dritten vierten woche bin ich langsam kurlig wird sehr im homöopathischen rahmen aber wenn du das natürlich jahrelang hast und vielleicht gar nicht selber gewählt weil du bist halt wirklich einsam und du hast halt vielleicht wenig menschen oder hast niemand bist du ein bisschen introvertiert dann wirst du komisch weil die interaktion mit menschen die ist mega wichtig einen gedanken zu haben und für dich drehen und immer wieder von neuem wälzen ist das eine und dann aber dann mal aussprechen jemandem und schauen was da zurückkommt ja das gibt ganz neue qualität aha nein jetzt merke ich erst weil sonst fangt dass ich im kreis drehe und glaube menschen wo zu lange allein sind die haben sich zu lange im kreis dreht und werden komisch immer wieder mal was du bist und denkst spiegeln an der realität ist nicht so falsch ja das was du jetzt gerade geschildert hast ist ein bisschen das nach drei tagen wieder mal in den laden und gar nicht wissen wie geht das eigentlich mit der sozialen interaktion und das wird dann das wird auf dem beruf durch irgendwie lachs lachs in der wildnis neu populiere was weiß ich mehr als biologie zugs und so das ist passionierte fischer so und der hat schon wo er in wien studiert hat ist immer gefischen und irgendwann hat er mir gesagt ich muss ich muss jetzt schauen dass ich nicht zu kauzig wird weil ich könnte jeden tag nur auf dem wasser sein und fischen und ich müsste niemals gesehen und zwar für mich alles in ordnung aber er hat sich wie zwungen dass er gesagt hat irgendwie am wochenende kann ich ab und zu einer glüte treffen mit ihnen etwas trinken und irgendwie einfach weil ich weiß ich bin schon ein bisschen kauzig weil so einfach schon von naturell her wenn ich das jetzt so machen dann warst du einfach so weg von der gesellschaft und kannst du dann mega schwer wieder zurück in die gesellschaft holen wir sind halt teil von der gesellschaft wir sind auch teil von der herde und ich glaube es ist beides mega wichtig dass man das kann einerseits können allein sein viele können das ja nicht ständig beschäftigen mit ständig menschen um sich haben weil sie können sie haltet es nicht aus allein sein ich glaube das ist das sind wichtige skills auch können allein sein weil man kann es sich nicht immer aussuchen manchmal ist man auch allein und dort in dem allein ist auch eine kraft und ein raum zum manchen gedanken fliessen lassen und zu erkenntnis vielleicht auch wichtig das können und anderen aber auch können interagieren teilen sie von der gruppe auf andere sich einladen empathie fähigkeit ist also etwas mega wichtig das gibt auch einem selber etwas zurück also ich mit menschen sie ist mega wertvoll ich bin nicht nur hoher profi drin aber ich kann den wert auch wirklich erkennt und übe nicht auch noch mehr und allein sie ist auch mega gut aber das muss können und wenn beides kannst du bist du bist du bist kind dann ist dann ist gut denn bist du ich finde immer schwierig den switch an zu kriegen auch wenn es nicht viele tage sind du bist daheim mach ich irgendwie die zeug sind danach hast du irgendwie ein soziales ding also in die richtung ist das wird schwierig ich finde die anderen nicht wenn genug leute um dich herum kann hast und viel los kann ja dann mal einfach wieder ein bisschen allein sein das ist mega easy das ist super aber umgekehrt ja ja das buche ich eh mehr weil wegen dem job natürlich weil das tut so blöd aber ich habe auch ja wenn ich auf der bühne bin wirst du jetzt auch gemerkt haben das ist ja auch eine soziale interaktion und vorderste soziale interaktion mit der location mit technik mit allen menschen wo sonst dort schaffen noch hat zum teil noch mit leuten wo chosen gehen das heisst ich habe dann mein ausgang habe ich auch schon beruflich hatte und danach kommt irgendwann noch der geburtstag und das und das das heisst eben dann komme ich super gut zu mir heim lege irgendeine platte auf oder zum teil auch gar nichts wenn ich merke es ist still dann ist es einfach still aber vor dem dann wieder zurück und dann gehen wir sagen nja guck mal irgendwie ja es war für also dass zlacht wie viele leute findest du zusammen ii go esse ja als gruppe sich treffen ja sagen wir eine arbeit verbringen vielleicht auch daheim kochen ja oder auch im resta den wieviel findest du die ideale gruppengröße hey nicht wird wird eigentlich fast nie erreicht aber während du gefolgt hast habe ich mir das scharf überlegen und ich habe das gefühlt acht Crazy. 8? Ja. Das ist glaube ich der Unterschied zwischen uns. Und vielleicht auch 6. Vielleicht auch 6. Weil was ich geil finde, ist wenn du die perfekte Kombination hast von Mekar, vielleicht auch 7 das ist es. Mekar in der Gruppe reden. Mekar aber auch individuelle Gespräche führen, die zu zweit, zu dritt, zu viert sind. Ja. 7 ist perfekt. Was denkst du? Das ist eine Grösse, dass es sich splitten kann. Verschiedene Konstellationen können stattfinden. Es muss sich ab und zu splitten können. Unbedingt, ja. Also 7 als konstante Gruppe, wo alle miteinander gleichzeitig überfordert mich massiv. Das finde ich viel zu viele. Wir hatten gerade die letzte Konstellation von 2... 7? 6 oder 7. Wo sich immer wieder neue Gruppen gebildet hat. Genau. So überkreuzen, da mal das zweite, da das vierte, da mal die drei zusammen und die drei zusammen. Ja. Dann ist mega gut. Das ist voll geil. Aber darum habe ich am liebsten, also die Ideale, finde ich 3. Das ist natürlich... Ja, okay. Dritten an Abend verbringen, wirklich das Dritte. Ja. Also Gruppe. Finde ich eine geile Dynamik. 4 geht auch noch. Ja. Ja. Aber das ist mir schon fast etwas zu viel. Aber es kommt natürlich auch darauf an, was ist denn dort Konstellation, oder? Ich finde zum Beispiel das Dritte, finde ich geil, wenn es drei individuelle Personen sind. Ja. Wenn ich allein, sagen wir mal, ein Paarchen treffe. Ja. Ich mag beide mega, aber es ist schon schwieriger. Dann wäre es gut, wenn noch über 40 dabei wäre. Richtig. Ja, das stimmt. Also weisst du, es kommt ja dann an die Farbe, was ist die Konstellation. Ja, das stimmt. Aber sehr spannend. Aber so ab 5, jetzt ausser das, und das mit den Gruppenbildungen, das passiert ja zum Teil die Leitung von alleine, mega geil, zum Teil aber auch nicht. Und dann, wenn die ganze Gruppe sich als Gruppe definiert und als Gruppe immer gleichzeitig alle miteinander reden, Ja. Das ist mir so schnell zu viel, weil es... Und das passiert bei 5 eben noch fast zu oft. Und darum finde ich es ideal. Ja, stimmt. Ja, voll. Weil, was bei 5 auch passieren ist, und meistens bin ich dann das fünfte Rad am Wagen. Ja. Zwei und zwei reden miteinander. Ja. Und ich eben, ich habe zu wenig Lust, ich bin zu wenig investiert, dann space ich aus. Und dann hast du einfach da zweimal miteinander reden und da zweimal miteinander reden. Also ich finde, wir uns darauf einigen, so 5 ist das Schlimmste überhaupt. Ja. Nein, es ist nicht das Schlimmste. Es ist aber... Das Schwierigste? Ich glaube, die Kamera... Ich glaube, die Kamera ist am Arsch. Hallo! Die Batterie ist langsam gesend. Nein, sieben. Sieben ist voll geil. Sieben. Sieben ist, glaube ich, schon noch geil. Ich würde gerne allen gerecht. Ja. Ich bin allen voll dabei. Und würde auch den Themen, die da gerade aufploppen, gerecht. Mhm. Und je mehr Leute das sind, desto zerflederter sind die Themen auch. Ja, dass... Jeder einer sagt, ja, 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 ja. Etwas anderes entsiedelt, und dann geht's dort durch. Und ich finde, ey, das Thema ist noch nicht zu Ende. Dann wären wir gerade noch dort, wäre es jetzt neue Tiefe gegangen. Aber jetzt hüpft man dort, dann hüpft man dort. Und dann kannst du eben die Absplittung machen. Oder bist du den ganzen Abend gehüpft, am Schluss gehst du heim, wir haben über gar nichts. Nein, aber das ist das Geile. Dann kannst du eben die Absplittung machen. Wenn jetzt jemand dann findet, ah, ich gehe jetzt dort weiter, dann können du und ich zum Beispiel bei diesem Thema bleiben. Dann können wir uns schnell absplitten, nehmen einen Umweg und sagen, du sagst das, was du noch hättest zu diesem Thema und erzählst es halt nur mir. Aber mich interessiert es. Blöd ist einfach, wenn ich und du entgegengesetzten am Ende vom Tisch sitzen. Dann sitze ich zu dir. Dann, ja, okay. Dann sitze ich zu dir. Haben wir gesehen schon, du bist geübt. Wenn ich spüre, du musst das jetzt noch loswerden, dann sitze ich zu dir. Und mich interessiert es auch wirklich. Sonst kannst du auch zu ihm über abhören. Genau. Wenn ich merke, wenn ich merke, oh, der Gisle hat noch etwas gesagt. Nein, bleib da. Was hast du Spannendes zu erzählen? Mhm. Abhören. Und es ist auch noch ein Unterschied, ob zu Hause oder im Restaurant. Ja. Im Restaurant würde ich nicht so einfach zu dir rüber sitzen können. Ja, je nach Sitz, Konstellation. Ah, du nimmst dann den Stuhl und gehst an eine andere Ecke. Ja, das ist geil. Wie wären die Skills? Ja, aber ich habe sie auch nicht. Ich space mega gerne aus. Das sind wie die Smalltalk-Skills, also Steh-Aperos. Aha, wildklasse. Ja. Also gepflegt sich, abdrehen und weitergehen. Ja. Das schaffe ich nie. Wenn ich mal irgendwo in einem Gespräch bin und es interessiert mich, dann merke ich, ich bin jetzt zwei Stunden lang, habe ich nur mit dieser Person geredet. Ah, ich sage. Die anderen 27 im Raum, habe ich nur mit dem Arsch angeschaut. Ich sage, ich gehe mal weiter. Ja. Oder ich muss dort noch Hallo sagen. Also weisst du, irgendwie so pfff. Aber es ist lustig, wie fest der Unterschied ist, ob es Environment ist, sage ich jetzt mal, Umfeld, wo in irgendetwas mit Theater, Show, Comedy und was weiss ich zu tun hat. oder ob es jetzt, keine Ahnung, Netzwerker-Aperos von den Hobbygärtnern ist. Ja. Weisst du, wie ich meine? Ja. Dort würde ich nie im Leben, dort würde ich einfach im Ecke stehen. Ja. Aber ich würde sagen, der hat schwere Anflüge von Autismus. Mhm. Was geht mit dem? Ist wohl wohl noch sympathisch, aber he. Ja, genau. Ein bisschen weird. Aber so Entertainment, keine Ahnung was. Ja. Da denke ich so, da bin ich daheim. Weisst so. Und dann ist es wirklich so, Hey Dude. Ich meine, wenn wir uns mal einnehmen, auch so kurz gesehen haben. Nein, das stimmt. Absolut. Dann geht es ja auch irgendwie einfacher. Ja. Wenn man sich kennt eh. Ja. Also Anlässe, wo so verschiedene, fremde Menschen, die miteinander nichts zu tun haben, zusammenkommen. Mhm. Das finde ich etwas vom Schlimmsten. Ich leide das so fest. Eigentlich so wie heute. Nein, wir kennen uns über. Und wir sind nur zwei. Richtig. Das zweite geht. Das heißt, wo andere Dude da sitzen würden. Ja. Dann bin ich einfach still. Irgendwann bin ich stiller. Eben. Und lasse die anderen und dann schaue ich etwas zu. Hast du das Gefühl, das ist, weil du denkst, ich mache es ja sonst schon genug. Ah, das schon auch. Ja, ja. Ja. Das habe ich nämlich. Ich denke schon, ich habe ja meine Bühne. Genau. Jetzt muss ich da nicht anders. Null. Schon spannend. Und eigentlich, bevor man das gemacht hat, hat man nichts anderes wollen. Ja. Und vor Ort, in so einer Fünfergruppe, wäre ich da gewesen, wo konstant irgendetwas hätte sagen. Ja. Ja. Und dann auf einmal, dann fährst du ja privat zurücknehmen. Ja. Und auf einmal musst du dann lernen, ah, aber ich muss ja privat auch noch. Ich muss ja auch noch etwas dazu beitragen. Ja. Es liegt auch noch an mir, dass das irgendwie... Von dir kommt recht wenig heute. Du so. Nur am Konsumieren. Ja. Ja. Das ist ja noch weird. So, jetzt haben wir... Uh, jetzt haben wir genug lang gemacht, ich glaube. Hatte ich gesagt. Äh... Megaschön gesehen. Und zwar auch wieder ernsthaft, nicht als Floskel. Vielen herzlichen Dank bist du da. Danke. Ich bin sehr gerne gekommen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass nicht noch Fussball in irgendeiner Art und Weise vorgekommen ist. Nein, was ich... Es ist nicht viel gut. Es ist jetzt das Geständnis, dass ich merke, ähm, ich freue mich fast mehr auf Tour de France, als auf Fussball Europameisterschaft. Okay. Weil Fussball finde ich mega lässig, Fussball ist auch ein Teil von meinem Beruf, aber... so wirklich, wirklich tief in den Begeistern kann mich, der Radsport, fast mehr als Fussball. Dann... Wann willst du Tour de France? Im Juli. Ich weiss nie genau wann, aber es ist immer im Juli. Dann wünsche ich dir, äh, zuerst eine schöne Euro. Ja. Und dann eine schöne Tour de France. Danke vielmal. Und auch sonst alles Liebe. Danke vielmal, Joel. Danke, Christoph. Macht's gut. Wenn du, äh, Fragen, Anmerkungen oder irgendetwas haben, schreibt auf podcast-at-joel-von-mutzenbecher.ch Und wir warten das jetzt ab Neuem, denn auch in deinem Podcast in irgendeiner Art und Weise behandeln. Hanni Novelle sage. Macht's gut. Bis bald. Bye-bye. Bye-bye.